Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Alexandra von Bewusstsein TV. Wir sprechen, wie schon angekündigt, über Wimanas, UFOs und die alten Götter. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen und zwar ging es da um Carl Gustav Jung, den großen Psychiater unserer Zeit, der sich auch mit UFOs beschäftigt hat und das fand ich total spannend. Aber wir möchten jetzt erst mal hören, weil Thomas hat da super viele Erfahrungen, was Wimanas und beziehungsweise die alten Götter anbelangt. Er kennt sich da klasse aus, hat auch schon einige Bücher geschrieben und was mich immer interessiert, Thomas, hast du schon mal ein UFO gesehen? Interessante Frage erstmal. Ein ganz, ganz liebes Hallo natürlich, Alexandra. Danke nochmal für die Einladung und auch ein ganz liebes Hallo an alle, die uns hier zuschauen, live oder dann eben später, wenn auch immer ihr dieses Video seht. Ja, wir hatten jetzt kleine Startschwierigkeiten. Es muss an dieser berühmten Digitalisierung liegen, es muss an der KI liegen, die ja demnächst die Weltherrschaft übernehmen soll. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, wird das noch eine Weile dauern. Also ich sehe die Infrastruktur noch nicht so, um auf deine Frage zu antworten. Also ja, ich habe schon solche Dinge gesehen an verschiedenen Stellen dieser Erde, allerdings immer aus größerer Entfernung. In Südfrankreich ist es mir sogar gelungen, solche Sachen zu fotografieren. Und zwar in der Gegend von Rennes-le-Chateau. Und zwar genau am Pic de Bue-Garache. Das ist ein Berg, der sich etwa zehn, elf Kilometer östlich von Rennes-le-Chateau erhebt. Er hat eine ganz interessante Geschichte, rein auch geologisch. Man nennt ihn halt im französischen Montagne in Perse, also der umgedrehte Berg. Das heißt, man findet die ältesten Schichten nicht am Fuße des Berges, sondern auf seinem Gipfel. Also irgendeine Kraft hat diesen Berg während der Auffaltung der Pyrenäen tatsächlich auf den Kopf gestellt. Und es verbinden sich jede Menge Sagen und Legenden mit dieser Region. Es soll auch eine außerirdische Basis unter dem Pic de Bue-Garache geben. Andere wiederum sagen, nein, das wäre etwas aus atlantischer Zeit und es wäre halt nicht am Bue-Garache, sondern in einer Gegend in der Nähe. Die sprechen dann von dieser unterirdischen Stadt Otanika. Sicherlich ist dort etwas. Also solche Sichtungen von fliegenden Maschinen, da bin ich nicht der Einzige, sondern das ist da unten eigentlich gang und gäbe. Die Bauern, die machen da kein großes Aufhebens davon. Und die Waldarbeiter, weil es ist halt ungefährlich. Also es tut ihnen nichts, es tut ihren Tieren nichts, es schadet nicht der Natur. Also ist es irgendwo uninteressant. Es ist halt da, aber man kann damit nicht wirklich was anfangen. Aber dort ist so eine Gegend, wo man sowas sehen kann. Zum anderen, eine weitere Sichtung hatte ich in Ladakh. Das ist in Nordindien. Dort, Klein-Tibet nennt man das Land, ja, Skirch zum tibetischen Hochplateau. Und da hat man die klassische Flugscheibe, würde ich sagen, Silberfarben in einer Entfernung von vielleicht drei, viertausend Metern. Also es war schon relativ detailliert sichtbar. Habe nicht ich allein gesehen, sondern auch unsere Gäste, die ich dort begleitet habe und auch die einheimischen Begleiter. Und die hatten eine ganz interessante Erklärung. Die sahen das nämlich als ein positives Zeichen. Hintergrund ist, dass ja an der Grenze zwischen Indien und Pakistan immer so gewisse Unruhen und Spannungen herrschen. Es ist nicht ganz einfach, die Gegend da. Und wir sind dann halt die Grenzstraße da gefahren und das war halt etwas, sagen wir mal, etwas abwechslungsreich. Wir hatten immer viel militärische Begleitung von Seiten der Inder. Und dann halt nach Ladakh hinein. Das ist sozusagen das Gebiet, wo die indische Armee sozusagen ihre ganzen Lager und ihre ganze Logistik hat. Und da ist also sehr viel an Militär unterwegs. Und es ist eben, wie gesagt, eine unruhige Gegend. Und dort aber für die Einheimischen war das ein positives Zeichen. Nämlich haben sie das so interpretiert, dass Rig de Niepo, also der Herr der Welt, so nennt man den, der Starcher Shambalas, dieser verborgenen Stadt im Himalaya, der würde sozusagen auf uns aufpassen. Also das wäre eine seiner Flugmaschinen. Interessant ist, dass eben diese UFOs dort in Indien mit Shambala oder teilweise auch mit Agartha, mit diesen unterirdischen Refugien, die es im Himalaya geben soll, in Verbindung gebracht werden. Finde ich dann wieder interessant, dass eben auch diese Basis unter dem Bukaraj eine Rolle spielt. Es gibt auf den Salomon-Inseln, da hat der Marius Boyerion, der ja eine Zeit lang dort gelebt hat, aus Australien, gelandter Hubschrauberpilot. Er war da in verschiedenen Missionen auf den Salomon, hat er doch privat sein Glück gefunden, eine Zeit lang da gelebt. Und der beschreibt eben auch diese Diamantschlangen oder Drachenschlangen, so nennt man sie ja bei den Einheimischen, die da über den Inseln ebenfalls unterwegs sind und wo es also auch Landplätze in den Bergen gibt. Da gibt es große Höhlen, wo die hineinfliegen sollen. Manche, die landen auch im Wasser, tauchen dann ab und sind offensichtlich auch in der Lage, sozusagen amphibisch unterwegs zu sein. Also sie können schwimmen, sie können tauchen, sie können fliegen. Interessanterweise, wir hatten ja den Begriff Vimanas hier im Titel der Sendung erwähnt, es gibt in den altindischen Beschreibungen dieser fliegenden Maschinen, gibt es eine sogenannte Schauba Vimana und die entspricht genau diesen Kriterien. Die kann also fliegen, die kann schwimmen, die kann tauchen. Und wenn wir bei diesem Thema sind, ja wo sind denn vielleicht solche Vimanas noch abgeblieben? Es gibt in Südindien, hat mancher, ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her, 2011 hat man ja in Südindien, in Kerala, in der Hauptstadt Triwandrum, einen sagenhaften Schatzfund gemacht. Also es war bekannt, dass dieser Schatz existiert, aber wie groß er war, das war eigentlich nicht bekannt. Und zwar gibt es da einen Tempel, der ist dem Gott Vishnu geweiht. Vishnu ist im Hinduismus der Erhalter oder der Bewahrer der Schöpfung und dieser Sri Padmadaw Swami Tempel, also das heißt eigentlich der Erlauchte mit dem Lotusnabel, wenn man es direkt übersetzt, aber das ist eine Form von Vishnu, die dort verehrt wird. Dieser Tempel hat eben verschiedene unterirdische Kammern und 2011 gab es ja einige Unstimmigkeiten, was die Finanzen da im Tempel anbetraf. Man hat eine Revision gemacht und im Rahmen dieser Revision wurden auch diese unterirdischen Kammern weitgehend geöffnet und also alle bis auf eine. Und die man geöffnet hat, diese Kammern, die waren voller Wertgegenstände. Also man hat damals bei der ersten Revision geschätzt, dass es einen reinen Materialwert hätte, diese Kostbarkeiten, die dort untergebracht waren, von circa 15 Milliarden Euro. Inzwischen hat man das Ganze katalogisiert und wir sind bei 29 Milliarden Euro reiner Materialwert. Wir reden also nicht, einfach nur Gold, Edelsteine, Silber, anderes Edelmetall. Wir reden also nicht über den künstlerischen Wert. Wir reden nicht über die Handwerkskunst, die dahinter steckt. Wir reden nicht über den historischen oder gar Sammlerwert, sondern einfach nur über den Materialwert. Also man kann sich ungefähr vorstellen, was das für eine Masse von Gold und Edelsteinen ist, die dort angehäuft ist. Ich hatte 2012 im Oktober die Chance, mir das Ganze mal anzuschauen. Das war auch eine ganz eigenwillige Geschichte, weil normalerweise darf man als Europäer nicht in so einen Tempel hinein. Dank meiner indischen Freunde und einer Fürsprache des Maharajas von Travancore. Man muss wissen, der Tempel gehörte der Familie der Maharajas von Travancore, also ein königlicher Tempel und ein Familientempel. Und der hat dort mal eine Ausnahme gemacht und ich durfte dann auch als Nicht-Hindu, was normalerweise nicht möglich ist, dann in Kerala durfte ich in diesem Tempel und ich durfte mir das Ganze sogar anschauen. Hatte einen indischen Kollegen dabei, der fotografiert hat. Also sind interessante Bilder dort von diesem unterirdischen Reich entstanden. Eine Kammer konnten wir uns allerdings nicht anschauen. Das ist die sogenannte Kammer B. Das ist die von denen, die immer noch verschlossen ist. Und da kommen wir wieder mit Davimanna ins Gespräch, weil es gibt so verschiedenste Legenden, was hinter dieser verschlossenen Tür dieser Kammer B sei. Weil diese Tür ist komplett aus Metall und sie hat keinen erkennbaren Schließmechanismus, ist aber mit den Darstellungen von zwei goldenen Kobras versiegelt. Und von Legenden, wenn diese Tür gewaltsam geöffnet wird, kommt eine Schlangenplage über die Stadt. Bis hin dann geht die Welt unter oder die Götter greifen ein, was auch immer. Also gibt es jede Menge Legenden. Stell dir das vor, es war 2011 die Entdeckung. Und wenn wir zurückdenken, 2012, diese Weltuntergangsstimmung. Also entweder steigen wir alle in die fünfte Dimension auf oder die Erde geht halt unter. Ist nun beides so nicht passiert. Aber das hat natürlich das Ganze befeuert. Und der Maharaja hat mir dann aber erklärt, was da der eigentliche Hintergrund ist. Und zwar befinden sich schon noch Kostbarkeiten hinter dieser verschlossenen Tür. Und zwar sind es alle Statuen von den Gottheiten, die im Tempel jemals verehrt worden sind. Und diese Statuen, die altern ja auch. Und manchmal sind sie beschädigt und dann werden sie ausgetauscht. Und man wirft die nicht einfach weg. Es sind ja immer die Statuen der Gottheiten. Sondern man hat die halt aufbewahrt. Und da war die Kammer B ein Aufbewahrungsort. Das heißt also, wenn man die mal öffnen würde, dann würde man sicherlich kulturstorisch sehr wertvolle Funde machen. Aber, das ist das große Aber, man sollte es tatsächlich nicht einfach so versuchen. Denn von dieser Kammer B aus geht ein Gang unter die Arabische See. Und dieser Gang endet in einem unterseeischen Hafen. Und in diesem Hafen befindet sich eben eine Schaubawimana. Also eines dieser Maschinen, die eben sowohl tauchen als auch im Endeffekt fliegen können. Hintergrund ist folgendes. Der Tempel steht in der Zitadelle des ehemaligen Maharaja-Palastes. Das heißt also, der war die letzte Rückzugsbastion für den Fall der Fälle, dass also die Stadt und auch der Palast von Feinden erobert wurde. Und diese Kammer B war sozusagen der Fluchtgang für den Maharaja, seine Vertrauten und seine Familie. Also der konnte sich dann mit dieser Schaubawimana in Verbindung bringen. Und um diesen Gang zu öffnen, musste man ein bestimmtes Mantra, und zwar dieses Garuda-Mantra. Garuda ist ja dieser Vogelmensch in der Mythologie der Hindus. Und er gilt als der Überwinter der Schlangen. Und dieses Mantra musste man in einer bestimmten Form intonieren. Und mit diesen Schwingungen öffnete sich dann sozusagen automatisch die Tür. Und schloss sich natürlich hinter den Flüchtlingen. Die Idee war folgendes. Wenn der Maharaja und seine Vertrauten sich auf der Flucht in Sicherheit gebracht hatten. Und die Feinde stürmten die Zitadelle. Sie sahen ja dann, wenn sie die erste Kammer öffneten, was da für gewaltige Schätze angehäuft waren. Das sahen sie dann auch in den anderen Kammern. Und jetzt gibt es noch diese eine Kammer, die besonders gesichert ist. Also in der Logik eines Erobrers müssen ja dort die meisten Klunkern, die es zu erbeuten gilt, zu finden sein. Also werden sie alles daran setzen, die Tür aufzubrechen. Und bei einer gewaltsamen Öffnung kehrt sich sozusagen die Funktion dieses Tunnels um. Dann werden da Flutschächte freigegeben. Die Arabische See kommt unter den Palast, unter die Altstadt von Triwandrum und alles stürzt zusammen. Also das sozusagen ist das, was passieren würde, wenn man diese Tür unsachgemäß öffnet. Deswegen sind die Behörden auch bis heute da sehr darauf bedacht, dass diese Tür verschlossen bleibt. Also solange man keinen Mantrika findet, der also dieses Garuda-Mantra entsprechend intonieren kann, sieht man also von Öffnung ab. Mich würde natürlich nicht die Schätze interessieren. Ich finde es eigentlich, man müsste jeden, der ein Amt anstrebt oder irgendwo im gesellschaftlichen oder politischen Bereich tätig werden will, den müsste man mal diese Schätze einfach zeigen. Weil zumindest bei mir hat es die Wirkung, es ist so überwältigend, es erschlägt einen dadurch, dass man am Ende dann sagt, ah ja, es ist wirklich nichts anderes als Stein und Metall. Es ist schön gemacht, aber es ist Stein und Metall und es ist nicht das, worum es im Leben eigentlich gehen kann. Also das ist die pure Masse der Wertgegenstände, die einen dort erschlägt. Und das ist vielleicht für manchen, der da so diese weltlichen Bedürfnisse oder Begierden in sich spürt, wäre das eine ganz heilsame Therapie, weil wir ja vorhin schon bei Jung und seinen Archetypen und so weiter gewesen sind. Also haben wir schon Psychologie oder Psychiatrie zu tun hat. Also das wäre auch vielleicht ganz interessant, aber das ist so eine Idee. Mich würde natürlich die Vibana mehr interessieren und ich hoffe, dass es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, das zu öffnen und beziehungsweise vielleicht von der anderen Seite, also von der Seeseite her, dort mal einen Zugang zu finden, weil das wäre natürlich gigantisch, wenn man dann sozusagen einen Beweis dafür hätte, dass die alten indischen Epen, die ja alle von diesen fliegenden Maschinen sprechen, sei es jetzt das Ramayana, diese südindische Helden-Epos, das Mahabharata, wo ja die Zerstörung von Moenjodaro und auch von Passpur, der dreifachen Stadt, da beschrieben werden mit diesen Waffen, diesen Himmelspfeilen, die wirklich an sehr moderne atomare Raketengeschosse gemeinen, bis hin zu dem Baimannika Shastra, also diesem Buch, das da Rishi Bharad Vajar geschrieben hat, also alles über die Maschine, beziehungsweise alles über die Luftfahrt in dem Fall, ist ja Bestandteil seines Werkes über die Maschinen, wo aber eben nur dieser eine Teil, eben dieses Baimannika Shastra, dieses sozusagen Buch über die Luftfahrt, übersetzt worden ist ins Englische. Das andere liegt zwar in verschiedenen indischen Sprachen vor, wartet aber noch auf seine Übersetzung in europäische Sprache. Wäre auch interessant, das mal zu machen. Und wenn man dann auch ein paar Techniker mit reinsetzt oder jetzt vielleicht sogar die KI noch mit in Anspruch nimmt, irgendwann sollte es ja möglich sein, so eine Wimanna halt auch mal nachzubauen. Also das finde ich faszinierend. Aber dass wir dort noch die Möglichkeit haben, wirklich ein solches funktionsfähiges Modell eventuell aufzufinden, das ist aus meiner Sicht mega spannend. Die Wimannas, hatte ich ja schon erwähnt, spielen natürlich in den alten indischen Ebenen eine große Rolle, wobei man da wirklich Abstufungen findet. Also es gibt aus meiner Sicht durchaus irdische Modelle, die man halt eben auch in anderen Ebenen überliefert findet, wo man sagen kann, das können Heißluftballone sein, das können so Zeppelin-artige Konstruktionen sein, die tatsächlich auch mit Maschinen, wahrscheinlich mit leichten Dampfmaschinen angetrieben worden sind, wo man halt vielleicht ein Einspritzerprinzip verwendet hat oder das Wasser dann verbraucht wurde, sodass man halt immer wieder Wasser und Brennstoff nachtanken musste. Also das könnten irdische Konstruktionen sein. Und dann gibt es natürlich auch solche Sachen, die eindeutig entweder einer frühen Hochkultur oder frühen Hochkulturen zuzuordnen sind oder vielleicht sogar außerirdischen Ursprungs sind. Und das sind wir bei den alten Göttern, die eben dort auch eine große Rolle spielen. Denn wenn wir jetzt bei der Hindu-Mythologie bleiben, der Gott Krishna zum Beispiel, der hatte seine eigene Vimana. Vishwamitra, das war sozusagen der Ingenieur, der Götter, der hat also diese Vimanas gebaut. Ein, ja könnte man sagen, Halbgott, der Ravana, dieser König von Sri Lanka, der ein Anhänger von Shiva gewesen ist, der hat auch eine ganze Flotte von Vimanas gehabt. Und man hat jetzt innerhalb der letzten 40 Jahre, glaube ich, zwischen Indien und Sri Lanka ein Projekt gehabt, wo man den sogenannten Ramayana Trail, also die Pfade des Ramayana, die Wege des Ramayana erforscht hat. Und Hintergrund war eigentlich ein Herangehen der Historiker, der Wissenschaftler, was war auch, sag mal, in der europäischen Mitte auf die Graals-Romane, meinetwegen von Wolfram von Eschenbach oder von Gretien de Troyes oder von Kiyoham. Man wollte einfach rausfinden, ist das jetzt Fantasie, was da geschrieben steht, oder ist da wirklich eine historische Wahrheit dahinter? Und gut, in Bezug auf die Graals-Romane könnte man sagen, also gerade Wolfram von Eschenbach, der hat ja viele zeitgenössische Motive mit verarbeitet, also die Graalsritter als die Templaisen, wo natürlich eine Anspielung auf den Templerorten dahinter ist und so weiter. Aber man ist so zum Schluss gekommen, ja, überwiegend war es wohl seine Fantasie. Er hat sich inspirieren lassen, aber hat einfach einen schönen Roman geschrieben. Beim Ramayana ist es ganz anders. Dort haben die Wissenschaftler, die an diesem Projekt beteiligt waren, sämtliche Plätze, also der Valmiki, der Dichter, der das Ramayana verfasst hat vor über 2500 Jahren, die diese Plätze hier beschrieben hat, die hat man gefunden. Also nicht nur die Paläste und die Städte, die dort eine Rolle spielen, sondern eben auch die Flugfelder auf Sri Lanka zum Beispiel. Da gibt es also Plätze, die die Einheimischen kennen, die sagen, ja, ja, da sind die, wie man das gestartet und gelandet. Und so heißen die Plätze also auch noch. Also der Ort, an dem die Vögel landen und wieder starten. Der Ort, an dem die Teile der Vögel gelagert werden. Also mit anderen Worten Reparaturhangar, ja. Also all das gibt es auf Sri Lanka, all das kann man sich anschauen. Und gerade das, was mit Landen und Starten dieser Vimanas zu tun hat, das sind tatsächlich Flugfelder. Die sind aus dem Gestein der Insel herausgearbeitet, heute natürlich weitgehend überwachsen. Aber man kann, wenn man sich das anschaut, wenn man weiß, wie das gebaut wurde, kann man sich das alles noch vergegenwärtigen. Das heißt, es ist tatsächlich eine historische Realität dahinter. Und hat es auch vielleicht was mit diesen Karats zu tun? Die gibt es ja in Indien und Sri Lanka, glaube ich, auch. Auch, natürlich. Also nicht nur dort, sondern wir haben sie im Mittelmeerrahmen. Wir haben sie bekannt natürlich auf Malta, aber die gibt es halt auch im Libanon. Also ob es jetzt direkt in drei Hauptstädten, Beirut ist, aber eben auch in Esidon und in Tyros und auch in der Nähe von Baalbek gibt es tatsächlich, soll ich sagen. Also da kann durchaus Technik eine Rolle gespielt haben. Ob jetzt einer dort im noch, keine Ahnung, schlammigen, späteren Gestein da mit seinen Fahrzeugen unterwegs gewesen ist, dort gewendet hat und dann, wie im Schlamm dann halt eine Spur zurückbleibt, ist das da halt im Gestein zurückgeblieben? Durchaus möglich. Also da haben wir diese Überlieferung, beziehungsweise diese Hinweise, dass da Technik im Spiel gewesen ist, die finden sich. Aber es wird ja noch interessanter, wenn wir halt auch in anderen Kulturen mal schauen. Ich hatte ja die Drachenschlangen erwähnt, oder die Diamantschlangen von den Salomon. Dieselbe Bezeichnung, also die geflügelte Federschlange, die finden wir halt in Mittel- und Südamerika für diese seltsamen, fliegenden Geräte, mit denen eben Wesen gekommen sein sollen, die überhaupt nicht zur indigenen Bevölkerung passten. Man sprach also von Hochgewachsenen, man sprach von Hellhäutigen, man sprach von Bärdigmännern. Ja, da haben viele gedacht, okay, das können ja Europäer gewesen sein. Und die Spanier sind dann ja auch, oder die Konpistatoren, das waren ja nicht nur Spanier, sondern es waren ja auch Portugiesen und Engländer und Franzosen und andere, die dort in Mittelamerika und Nordamerika ihr Glück versucht haben und im Süden natürlich auch, dass die dann also sozusagen als Abbilder oder als Nachfahren dieser Götter zunächst angesehen worden sind von den Einheimischen. Mit Sicherheit, da waren also hellhäutige Wesenheiten, nur mussten das wirklich Europäer sein. Die Rishis zum Beispiel, die Kulturbringer des alten Indiens, die werden auch als hochgewachsen und hellhäutig beschrieben. Und wenn wir uns die Bilder anschauen, so wie sie heute noch dargestellt werden oder in vorangegangenen Jahrhunderten dargestellt worden sind, sind sie also auch hochgewachsen, hellhäutig, aber bärtig. Also möglicherweise waren es auch solche Wesenheiten. Wir haben auch diese Hinweise im europäischen Kulturraum. Auch da haben wir fliegende Maschinen. Wenn wir uns jetzt die Besiedlung des alten Irland anschauen, die Tuaté di Nonnen oder also Tuaté di Nonnen werden sie geschrieben, aber Tuaté di Nonnen werden sie gesprochen. Dieses Volk, was ja interessanterweise nicht irgendwo aus Europa oder aus dem mediterranen Raum oder aus dem Zweistromland, also wo man sagen würde, nach der klassischen Geschichtsschreibung, da kam ja die Hochkulturen her. Nein, die kamen von Westen über den Atlantik. Und sie kamen auf fliegenden Schiffen. Fliegende Schiffen, die auch schwarzen Rauch verbreiten konnten, also die sich sozusagen einnebeln, die sich unsichtbar machen konnten. Und so haben sie dann natürlich auch das alte Irland erobert. Und um die 300 Jahre lang haben sie da geherrscht, bevor sie ihrerseits dann wieder von Neuankömmlingen aus dem Mittelmeerraum verdrängt worden sind. Und da gibt es ja diesen Handel, den sie ja letztlich gemacht haben mit den neuen Obern, dass sozusagen die Neulinge das oberirdische Irland bekommen und die Tuaté di Nonnen sozusagen in den Untergrund gehen. Und da sind sie also das Volk der Ski, das Volk unter den Hügeln geworden, von dem man ja heute in Irland noch spricht. Aber interessanterweise, die kamen auch auf fliegenden Maschinen. Und sie kamen eben aus dem Westen, also über dem Atlantik. Und da sind wir dann wieder in Mittelamerika. Offensichtlich gab es eine Zivilisation auf der Erde, die in der Lage war, solche Maschinen, solche Vimana, solche Flugmaschinen zu bauen und zu betreiben. Und interessanterweise in diesem Buch des Regis Baradwaja werden ja mehrere Dutzend solcher Flugmaschinen beschrieben, die zu seinen Zeiten existierten, die aber auch schon davor existiert haben, teilweise nicht mehr im Gebrauch waren und die auch unterschiedlichste Bedürfnisse erfüllten. Also es gab welche, die man heute als interstellare Raumschiffe bezeichnen wird. Also Vimanas, die zu anderen Sternensystemen fliegen konnten. Wohlgemerkt. Der Rishi Baradwaja hat das vor circa 5000 Jahren aufgeschrieben. Also wir sind da in diesem vedischen Zeitalter. Und heute, ja klar, diese Weltraumkreuzer, die kennen wir auch. Star Wars, wenn wir die westliche Geschichte nehmen. Oder als Bücher von Arkady und Boris Strugatzky, die russische Seite nehmen. Aber ja, dass wir sie wirklich bauen könnten oder betreiben könnten, davon sind wir noch im wahrsten Sinne, das wird das Lichtjahre weit entfernt. Also wir kennen es noch nicht. Aber damals konnten es offensichtlich Leute und waren in der Lage, eben andere Sternensysteme zu erreichen und dort in Kontakt mit anderen Zivilisationen zu treten. Andere dieser Flugmaschinen wiederum waren geeignet, um in unserem Sonnensystem andere Planeten zu erreichen. Gut, da können wir sagen, ja, da sind wir ja in gewisser Weise auf dem Weg. Und wir haben ja in den letzten 10, 15 Jahren auch wieder bedeutende Fortschritte, was die Raumfahrt anbetrifft, gemacht. Und haben da sicherlich auch die Möglichkeit, irgendwann mal den Mond oder den Mars zu kolonisieren. Also das ist nicht mehr ganz so von der Hand zu weisen. Aber wenn man diese alten Beschreibungen liest, gerade in Vamanica Chastra, dann ist das so, als würde man sagen, heute auf Mars, da ist heute gerade Bundesliga, also Finalspiel. Das gehen wir uns angucken. Komm, machen wir einen Halbtagesausflug. Das lohnt sich. Gehen wir hin. Oder da spielt gerade eine angesagte Band. Komm, das hören wir uns an, das Konzert. Also so wie wir heute irgendwo an einem, ich sag's jetzt mal, neudeutsch Event gern mal teilnehmen oder halt auf den Mittelaltermarkt gehen oder was auch immer, so kann man sich dann einen Ausflug mit so einer Vimana zu einem anderen Planeten unserer Sonnensystems vorstellen. Also für nicht alle, aber für eine bestimmte Gesellschaftsschicht völlig normal, völlig Alltag und ganz einfach zu bewerkstelligen. Und wieder andere dieser Maschinen waren eben in der Lage, sich in der Atmosphäre zu bewegen. Gut, das haben wir jetzt gemeistert seit reichlich 100 Jahren. Wir haben Flugzeuge, wir haben Hubschrauber. Wir entwickeln uns da natürlich immer weiter. Unbemannte Luftfahrt spielt natürlich auch eine große Rolle. Die Drohnen, auch durch die militärische Entwicklung, ist jetzt momentan etwas, genauso wie Raketen. Das ist alles etwas, was sich auch weiterentwickelt. Gut, da haben wir dann wieder Parallelen. Wir haben auch Parallelen zur vernichtenden Kraft dieser Bewaffnungen dieser Vimanas. Also wir können heute, wenn wir das wollen, eine Stadt in Schutt und Asche legen. Offensichtlich konnte man es vor ein paar tausend Jahren auch schon. Nicht nur, dass es im Mar Barata, in diesem großen indischen Nationalepos beschrieben wird, was also Bhima, also einer der Protagonisten dieser Erzählung mit seiner Vimana einen Himmelspfeil, also offensichtlich ein Raketengeschoss, auf die dreifache Stadt, also Paraspur, abschießt und die Stadt da mit einem schlagenden Riesenexplosion in Schutt und Asche verwandelt. Man hat Paraspur gefunden. Also nicht nur Paraspur, sondern auf der anderen Seite, in heutigen Pakistan, auch Mahendshadara. Mahendshadara ist noch eher ergraben worden in den 50er Jahren schon. Interessanterweise hat man festgestellt bei den Ausgrabungen, beide Städte wurden jeweils durch eine gewaltige Explosion, die sich unmittelbar über dem Stadtzentrum in mehreren hundert, vielleicht sogar tausend Meter Höhen ereignet haben muss, wurden diese Städte zerstört. Also man hat kreisförmige, konzentrische Zerstörungen, die vom Zentrum der Städte nach außen weniger werden. Man hat auch festgestellt in beiden Fällen, dass die Toten, die es bei diesen Explosionen gegeben hat, nach ihrem Tod nicht mehr bewegt worden sind. Also die lagen so, wie sie eben damals gefallen waren, in den Straßen. Und es gab auch keine Beeinträchtigungen durch Tierfraß. Also da ist kein Raubtier gekommen oder ein Asfresser und hat sich hinterher an den Toten gütlich getan. Die gab es einfach nicht mehr. Also das war mit einem Schlag, war das dort unbewohnbares Ötland geworden. Und interessant ist, dass man sowohl in Mahendshadara als auch in Paraspur, also in Paraspur noch ausgeprägter, eine signifikant erhöhte radioaktive Strahlung messen kann. In Paraspur ist es sogar so, dass das also nicht als normale Touristendestination zählt, sondern wenn man da hin will, braucht man zwei Genehmigungen. Eine von der indischen Bundesregierung, eine von der Regierung des Bundesstaates Rajasthan, denn dort befindet sich Paraspur etwa drei Stunden westlich von Jotpur in der Wüste. Wenn man da hingeht, kriegt man einen kompletten Schutzanzug, was so Atomschutz anbetrifft. Man bekommt einen Dosimeter und man darf sich nicht länger als zwei Stunden dort aufhalten. Ansonsten wird es gefährlich. Das ist also, man unterschreibt natürlich, dass man es im Fall des Falles natürlich keinerlei irgendwelche Schadens- oder Rationssprüche hat, weil man begibt sich ja dort selber in Gefahr. Also das gibt es immer noch. Und im Fall von Menschen darüber ist die Strahlung nicht ganz so groß, aber immerhin noch nachweisbar. Also hat dort offensichtlich eine Waffe, ich sage jetzt bewusst nicht Nuklearwaffe, sondern eine Waffe, die mit ionisierender Strahlung arbeitete. Die ist dort zum Einsatz gekommen und hat die Städte zerstört. Also in beiden Fällen. Und das korrespondiert natürlich dann wieder mit den Beschreibungen, wie wir sie in den Eben finden. Das heißt also offensichtlich war man dazu auch schon in der Lage. Und die alten Geschichten, sei es jetzt das Gilgamesch-Epos, sei es die indischen Überlieferungen, sei es auch die Ebene, man hat in der Neuen Welt erzählt, die sind ja voll von den Götterkriegen. Also da gibt es ja immer irgendwelche Ärger zwischen den Städten am Himmel, die sich dann gegenseitig beschießen und von denen manche auch abstürzen und dann große Verheerungen noch anrichten. Also offensichtlich gab es mal eine Zivilisation, die so weit gedient war wie unsere vielleicht sogar weiter. Gegebenenfalls sogar, das wäre meine Interpretation, auch mit außerirdischer Unterstützung. Denn wenn man die alten Ebenen, auch gerade das Mahabharata ist ein schönes Beispiel, aber auch das Ramayana, wenn man die liest und man schaut sich mal die Bewaffnung an von den einzelnen Truppenteilen, die dort beschrieben werden, das wirkt so, als ob die ein Militärhistorisches Museum geplündert haben. Also von Pfeilen, Bogen bis modernsten Raketenwerfen, alles dabei. Dann kann man natürlich sagen, Moment mal, Afghanistan in den 70er Jahren, die Motschadin gegen die russischen oder sowjetischen Truppen, die haben am Anfang auch noch Ratschloss und Steinschlossmusketen benutzt, also bevor sie dann modern ausgerüstet worden sind. Also das gab es auch. Man darf eben nicht davon ausgehen, dass zu allen Zeiten die Menschheit überall gleichweit entwickelt war, sondern ich könnte mir eben auch vorstellen, dass es immer so ein Gürtel von Hochkulturen gegeben hat und dass es aber gleichzeitig, so wie es auch heute noch ist, dass es eben auch Kulturen gibt, die dann halt noch auf einem bei weitem niedrigeren Niveau existieren. Also sei es jetzt steinzeitlich, sei es jetzt frühere Bronzezeit oder frühere Eisenzeit, kann man alles dahin stellen. Aber die nicht diese Hightech-Entwicklung mitgemacht haben, sondern eben noch auf anderen Grundlagen existieren. Und wenn es dann einen Kataklysmus gibt, sei es einen großen Krieg, der also diese Hochkulturen betrifft und zerstört oder stark schwächt, oder sei es eine Naturkatastrophe, die eben die gleiche Wirkung hat, diejenigen, die das am ehesten überstehen, sind natürlich diejenigen, die sich am ehesten an die Natur adaptieren können. In dem Fall sind es die Naturvölker und die beginnen dann halt auf ihrem Level mit dem, was da noch übrig ist, ihre neue Reise Richtung Zivilisation. Und deswegen ist halt auch so viel Wissen verloren gegangen. Deswegen haben wir eigentlich nur so Bruchstücke von diesen frühen Überlieferungen. Aber wenn wir jetzt von den Göttern sprechen, natürlich ist das ein Thema dieser Forschungsdisziplin Präastronautik. Also diese frühen irdischen Kontakte, dass man sagt, ja, da gab es eben welche, wo man jetzt köstlich darüber diskutieren kann. Kamen sie denn wirklich aus dem Weltall? Kommen sie aus einer parallelen Dimension? Kommen sie vielleicht aus der Zeit? Wie auch immer. Aber da war jemand. Da war jemand mit viel Technik und der hat uns das Vorfahren so einiges beigebracht. Brauchen wir uns bloß mal das Buch Hesekiel in der Bibel angucken. Erich von Däniken hat es wunderbar beschrieben, aber auch andere Kollegen wie der Robert Schaul oder Charles Berlitz nehmen ja Bezug drauf. Und man stellt fest, ja, da ist wirklich was Technisches. Also was er dort beschreibt, diese Erscheinung, diese Gegenwart des Herrn, ja, das ist alles Mögliche, aber das ist nicht der allmächtige und allgütige Gott, der da einfach erscheint, sondern das ist irgendwas Technisches, was viel Lärm macht, was natürlich sehr beeindruckend ist, aber was ein Gott, also ein wirklicher Gott eigentlich gar nicht braucht. Mich erinnert das dann eher an das Buch von, ich hatte die Strogatzkis schon erwähnt, Ein Gott zu sein ist schwer. Das ist ein wunderschöner Roman, empfehle ich für alle, die da mal wirklich schöne, man hat es zu DDR-Zeiten wissenschaftliche Fantastik genannt, aber mal richtig so gut handgemachte Science-Fiction da lesen wollen. Das Buch ist so beschrieben, man weiß bis zum Ende nicht, ist das jetzt eine außerirdische Expedition, die in unserem Mittelalter ihre Beobachtungen macht oder sind es unsere Leute, die auf einem anderen Planeten angekommen sind und dort eine mittelalterliche Gesellschaft beobachten. Also es ist wirklich richtig köstlich geschrieben, gibt es auch in Deutsch, kann man wirklich, wenn man in der Richtung was lesen will, ist es zu empfehlen. Aber dort haben wir auch, das ist das große Thema, mein Gott zu sein ist schwer, wie weit darf ich in die Entwicklung dieser Gesellschaft eingreifen? Was darf ich tun, um denen zu helfen, vermeintlich zu helfen? Oder drängel ich mich sozusagen nur als Problemlöser auf und kreiere damit viel, viel schlimmere, viel weitergehende Probleme? Also ganz interessante philosophische Thematik, die dahinter steht, aber natürlich ist der Hintergrund auch ein möglicher realer Kontakt in der irdischen Vorzeit. Schauen wir uns die großen Steinterrassen von Paul Beck nur mal an. Schauen wir uns die, ich sage jetzt mal, Ritz- oder Schadzeichnung in der Daska-Wüste an. Dann schauen wir uns die Überlieferung von Ica an. Also dort überall kann man durchaus sagen, ja, warum nicht? Und wenn man jetzt zumindest auch sagt, naja, aber als Landebahn würden die Nazca-Plateaus, also diese Ritzzeichen auf den Nazca-Plateaus überhaupt nicht taugen. Also ein A380 kann da nie landen, der versinkt in dem Untergrund. Ja, Moment mal, ein A380 vielleicht nicht, aber ein Gerät, was auf Luftkissen herunterkommt, das kann da schon landen. Und ein Zeppelin hätte da auch landen können. Also man sollte nicht einfach nur auf unseren jetzigen technischen Stand schauen, sondern auch mal darauf, was möglich ist. Und das Faszinierende an dieser ganzen Geschichte ist, wir haben diese Berichte ja weltweit. Es ist überall, sieht es so aus, ob es jetzt im alten China ist oder im alten Russland, in Indien, in Mittel- und Südamerika, auch im alten Europa. Ich hatte die 2D, die noch erwähnt. Da war wer. Da ist jemand gekommen, der hatte diese überlegene Technik, der hatte dieses überlegene Wissen. Der hat das auch geteilt mit den Einheimischen, also eigentlich schon ganz, ganz freundlich. Manchmal so als Tauschhandel, also ich erzähle dir was und du gibst mir dafür was, also meinetwegen Edelmetalle oder was auch immer oder deine Arbeitsleistung. Aber man hat eben dort Beziehungen gehabt. Und dann kommt ja das große Thema, was all diese Präastronautik-Bücher letztlich haben. Diese alten Götter sind irgendwann mal verschwunden. Die sind irgendwann mal gegangen und es gibt dann immer wieder diese Überlieferungen. Ja, sie kommen ja irgendwann wieder. Jetzt kann man aufgrund der Entfernung, der zeitlichen Entfernung, kann man auch nicht mal eruieren, ob sie es versprochen haben. Ob sie wirklich schon sagen, wir kommen wieder. Oder ob wir es einfach mit sowas zu tun haben wie mit den Cargo-Kulten. Vielleicht zur Erläuterung. Cargo-Kulte, wir hatten die Salomonen angesprochen, dort in dieser Gegend Salomon-Insel in Papua-Neuguinea. Die hatten noch weit rein bis ins 20. Jahrhundert, hatten die Einheimischen relativ wenig bis gar keinen Kontakt mit Europäern, Amerikanern, Australiern oder auch anderen Kulturen. Die waren weitgehend für sich, waren auch verschrien als Kopfjäger, teilweise als Kannibalen. Also es war nicht so einfach diese Gegend da. Nun hatten wir aber den Zweiten Weltkrieg und die Japaner sind anfangs des Zweiten Weltkriegs sehr rasch nach Süden vorgedrungen, weil sie wollten eigentlich Australien übernehmen und oder zumindest lahmlegen als potenziellen Kriegspartner. Hat sich nicht ganz so realisiert, aber immerhin bis nach Indonesien sind sie vorgestoßen. Also Bali war zum Beispiel auch diese schöne Urlaubsinsel, die war auch von Japanern besetzt, die ja dort die Niederländer verdrängt haben, die ja die Kolonialen haben waren. Das heißt also, plötzlich waren auch solche fern abgelegenen Gegenden wie eben die Salomon-Inseln oder Papua-Nagina, plötzlich war das Kampfgebiet. Und da haben sich natürlich die Leute halt ein bisschen unterschiedlich verhalten. Die Japaner haben eigentlich alles massakriert, was ihnen vor das Katana oder vor den Flintenlauf kam, während die Amerikaner und die Australier eben versucht haben, die Einheimischen einzubinden, also auf ihre Seite zu bringen und sozusagen dann ihre Geländekenntnisse und die Kenntnisse der Gegend dort zu nutzen. Und da gab es natürlich dann auch viele Zuwendungen und so haben die Einheimischen plötzlich festgestellt, wie gut Thunfisch aus der Dose schmeckt und was Kornbeef ist und was Coca-Cola ist und wie lecker Schokolade sein kann und so weiter. Und das haben sie natürlich alles gratis bekommen. Und dann bekamen sie sogar auch noch Ausrüstung, Waffen, Bekleidung. Na, man wollte sie ja dort mal einspannen und sind teilweise sogar als Sanitäter von den amerikanischen Truppen mit eingesetzt worden, die dann auch unter sehr schwierigen Bedingungen verwundete Soldaten geborgen haben. Gerade auch in Salomon ist das ein großes Thema gewesen. Und auch später bei dem Fortschritt dann Richtung Norden. Natürlich hat man sich großzügig gegenüber diesen Naturvölkern gezeigt und es gab dann auch später Untersuchungen, die zeigten, wie schnell die Einheimischen im Angesicht dieser göttlichen Gaben, denn was anderes war es für sie nicht, diese Fremden mussten Götter sein mit all dem, was sie gebracht haben, was sie da hatten, also diese ganzen wunderbaren, unbekannten Dinge, wie schnell sie sozusagen ihre eigene Lebensweise vergessen und aufgegeben haben. Weil es war natürlich einfacher, in die Kantine auf dem Flugplatz zu gehen und dort eben seine Dose Kornbeef oder seine Dose Thunfisch abzuholen, anstatt sich hinzustellen und den Fisch selber zu fangen. Oder eben das Wildschwein da im Dschungel zu jagen. Und irgendwann waren eben die Kämpfe beendet. Irgendwann war der Weltkrieg entschieden und irgendwann wurden die Truppen zurückgezogen. So, die packten halt ein und verschwanden. Und plötzlich waren die Götter weg. Und mit ihnen natürlich diese wunderbaren Gaben, also das Cargo, diese Fracht, also um die ging es eigentlich. Die Götter waren mehr oder weniger egal, aber die wunderschönen Sachen, die fehlten. Und dann hat man natürlich eines gemacht, man hat den Göttern Denkmäler gesetzt. Also die haben tatsächlich, die Einheimischen haben, aus den Naturmaterialien, die sie hatten, haben sie Flugzeuge nachgebaut. Sie haben die Flughäfen instand gehalten. Sie haben die Funkbuden und die Hangars und was es da alles gab, haben sie wieder nachgebaut und haben da Rituale abgehalten. Also haben dann zum Beispiel für den Nachbau des Flugzeuges da aus Palm, Stroh, haben sie halt immer ein Schwein geschlachtet. Also die Götter sollten zurückkommen. Sind sie dann später in anderer Form auch. Aber okay, vielleicht war das bei unseren Vorfahren genauso. Vielleicht haben die auch ihre Religionen oder religiösen Vorstellungen danach ausgerichtet, dass die Götter halt zurückkommen. Aber, jetzt kommt das große Aber, sind die wirklich verschwunden? Sind die wirklich gegangen? Oder, das ist eher meine These, haben sie sich einfach nur der Sichtbarkeit der Menschen entzogen? Haben sie sich ja angepasst? Ja, da kommt jetzt auch noch mal eine Frage dazu. Angepasst an die Entwicklung der Menschheit. Zu sagen, okay, einen mittelalterlichen Bauern, den kann ich natürlich noch mit dem Feuerzeug und mit, ja, es muss noch nicht meine Schusswaffe sein, es braucht bloß einen Teaser sein, also irgendwie Elektro sein, kann ich den natürlich mega beeindrucken, ja. Aber einen Menschen des 20. Jahrhundert, den holst du damit nie hinterm Ofen hervor. Also vielleicht lege ich mir dann so eine Art, ja, Tarnung, Camouflage, Mimikrie irgendwie zu, um unerkannt weiter operieren zu können, die trotzdem zu beobachten, trotzdem meine Ziele weiter zu verfolgen und ziehe mich halt auch in bestimmte Refugien zurück. Das ist aus meiner Sicht so die Idee von diesen verborgenen Königreichen wie eben Shambhala oder Agartha, die Idee von Innererde, na, dass das wirklich so Rückzugsorte sind, in denen sich diese Zivilisationen, das müssen noch nicht mal außerordentliche, das können auch vorzeitige Hochkulturen gewesen sein. Also zum Beispiel von Agartha sagt man das, also diese Tschut, die ja die Einwohner von Agartha sind, die sollen sehr friedfertig gewesen sein und denen wurde es dann hier oben einfach zu ungemütlich und dann haben sie sich halt eben ins Innere der Erde zurückgezogen, weil sie da eben ihre Ruhe hatten vor den kriegerischen Auseinandersetzungen. Agartha soll ja auch so ein Refugium sein, wo eben entsprechende spirituell, aber auch vom Wissen her hochstehende Wesen leben sollen. Die Rishis, die Schöpfer der Palmplatzbibliotheken, die, sagen wir mal, Kulturbringer des alten Indien, die sollen sich auch dahin zurückgezogen haben. Also das ist aus meiner Sicht schon so eine Idee, dass es da noch Stützpunkte gibt, von denen aus die operieren und wo sie halt, die Technik hat ja bei ihnen auch eine entsprechende Entwicklung erfahren und wo sie halt auch die Möglichkeit haben, sich gegenüber der Menschheit, egal wie schnell und wie weit die wächst, sich doch zurück oder entsprechend abzuschotten und die halt eben draußen zu halten aus ihren Angelegenheiten. Wir reden noch nicht mal über diese Möglichkeiten, dass man die Tiefen der Weltmeere ausschließen kann. Also wir wissen von der Vorderseite des Mondes mehr als von dem Grund unserer Ozeane, das muss man auch sagen. Und da denke ich, gibt es noch genügend Möglichkeiten zu sagen, die alten Götter, die sind eigentlich gar nicht weg. Die haben sie einfach nur aus der Welt der Menschen zurückgezogen, so wie es letztlich dann auch bei dem erwähnten Roman ist, wo dann eben klar wird, wir können diese Entwicklung nicht mehr direkt weiter steuern. Wir müssen uns halt eben einen Schritt zurücknehmen und beschränken uns aufs Beobachten oder eben auf gelegentliche Dinge, um die Situation in unserem Sinne zu beeinflussen. Also das müsste man natürlich auch damit sehen. Da kann man natürlich jetzt ganz groß ins Spekulieren kommen, wenn wir sagen, naja, die alten Götter waren nie fort. Vielleicht sind die ja, wir sind ja, wenn wir die Überlieferungen betrachten, wir sind ja nach ihren Bilde geschaffen. So heißt es ja immer. Wir sind nach ihren Bilde gemacht. Möglicherweise haben sie halt bei uns etwas gemacht. Die Frage ist natürlich, wenn sie nicht menschlich sind und wir als Menschen auf diesem Planeten eigentlich die einzige Spezies sind, die eine wahnsinnige Kreativität entwickelt, wenn es darum geht, sich selber auszurotten, also die anderen Angehörigen der eigenen Spezies um die Ecke zu bringen auf eine sehr raffinierte Art und Weise, also immer technischer, immer mehr, immer effizienter. Kein Tier würde so etwas machen. Also kein Wolfsrudel würde zulassen, dass die Dümmsten des Rudels sozusagen das Rudel anführen und das dann in Unglück stürzen. Und kein, wenn man noch nicht mal die Lemminge würden aufeinander losgehen und sich dann gegenseitig auffressen oder gegenseitig umbringen, bloß weil sie denken, am Ende bleibt dann der ganze Kuchen für mich. Das ist eine menschliche Spezialität. Und irgendwer hat mal gesagt, es ist etwas im Menschen, das will töten. Da frage ich mich, ist das, was da drin ist und töten will, ist das wirklich menschlich? Oder ist das etwas, was vielleicht von diesen alten Göttern implantiert wurde, so nach dem Motto, die dürfen nie zu viel werden. Also sonst wären sie vielleicht unbeherrschbar. Reine Spekulation. Ich will da niemandem was unterstellen. Aber es ist zumindest interessant, dass wir so einen, ja, so einen gewissen Knick in unserer Spezies haben, der so einfach nicht zu erklären ist. Also man kann da viel psychologisieren. Wir hatten ja hier mit Carl Gustav Jung, wir haben natürlich die Archetypen und die ganzen Geschichten. Wir haben Freud und können jede Menge da erklären und Sozialpsychologie und so weiter und so fort. Bis hin zu den Klassingern, egal ob jetzt Kant oder Marx oder was man so bevorzugt, aber letztlich der Steiner Weisen, den hat noch keiner von denen gefunden. Aber Fakt ist, dass eben die menschliche Natur zwei sehr extreme Seiten hat. Also der Mensch kann extrem altruistisch sein, der kann auch extrem egoistisch sein. Der kann extrem, der kann sein eigenes Leben opfern, um andere zu retten. Der kann aber auch genauso eiskalt Leben nehmen. Das ist das, diese Ambivalenz, die mich auch fasziniert an der ganzen Entwicklung. Weil wir sind ja gerade wieder in solchen Zeiten, wo also Krieg sozusagen vor der Haustür stattfindet, nicht irgendwo fern in der Welt, sondern direkt vor der Haustür. Und da sind solche Fragen natürlich auch relevant. Auch was in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Wie Menschen sich plötzlich dann verändern können? Oder vielleicht waren sie schon immer so. Also das ist auch so eine große Frage. Wenn es darum geht, eben Leute auszugrenzen oder im vermeintlich Gute, das Gute zu tun und dann die anderen eben dann sozusagen zu entmenschlichen und vielleicht auch dann. Es hätte ja noch weitergehen können. Es ist zum Glück nicht weitergegangen, aber es hätte weitergehen können. Und das ist etwas, das macht mich sehr nachdenklich. Und das ist auch etwas, was bei diesen ganzen fantastischen Themen auch immer eine große Rolle aus meiner Sicht spielen sollte. Dass wir sehen, es geht nicht nur um die anderen. Es geht nicht um diese fantastische Vergangenheit. Es geht auch um unsere Gegenwart und letztlich um unsere Zukunft. Und aus diesen Sachen dort zu lernen, das Gute herauszufinden und möglicherweise eben das, was nicht so gut ist, hinter uns zu lassen, das sehe ich auch so als ein Teil dieser ganzen Beschäftigung mit diesen Phänomenen an. Und natürlich kann man, das gestehe ich auch Kollegen zu, und da gab es ja auch schon in der Szene gewisse Diskussionen, die sagen, nee, also wir wollen da solche gesellschaftlichen oder politischen Themen überhaupt nicht mit drin haben. Kann ich nachvollziehen. Es ist okay, wenn man sich sozusagen rein auf diese Phänomene konzentrieren will. Aber aus meiner Sicht ist es ja so, wir leben ja nicht im lüftleeren Raum. Und auch diese Phänomene existieren nicht im lüftleeren Raum. Die sind in den historischen Kontext eingebunden. Die haben immer sehr viel mit der jeweiligen Gesellschaft, mit der jeweiligen Zeit, also mit uns zu tun. Und so versuche ich die halt einzuordnen. Genau. Und ich wollte nämlich da gerade auch sagen, ich hatte, ich glaube, gestern ein Video von Dr. Steven Greer gesehen. Da hat er auch ein Interview gegeben. Und da hat er auch so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, die Historie der Sichtungen beleuchtet. Da fand ich auch einen ganz interessanten Vergleich. Und zwar, wenn man jetzt mal in die, sagen wir mal, die ersten bekannten Sichtungen oder ich sage mal Entführungen, Abductions, die es halt gab. Da hat man, wenn man eine Sichtung hatte oder wenn die Personen in diesem Zeitrahmen da eine Sichtung hatten, dass immer, also diese, ich sage jetzt mal, UFOs zeigten sich zeitpassend. Also zu den 40er Jahre passend, zu den 50er Jahren, zu den 60er, 70er und so weiter. Und das ist genau, was du gesagt hast. Von den uralten Göttern her, da hat man vielleicht das eben so akzeptiert, was man so gesehen hat. Es wurde oder es zeigte sich immer so das Phänomen, dass die Menschen nicht zu überfordert waren. Vielleicht, dass das Phänomen, sage ich mal so, 20, 30 Jahre vielleicht voraus war, dass es noch fassbar war, auch für die Augen und für das Ganze, wie das eben erschienen ist. Und ich habe ja auch schon einige Dinge gesehen und ich, also ich fand diese Parallelen, also den Ansatz der Sichtungen, was er da so erklärt hat, hochspannend. Passt ja eigentlich auch so ein bisschen zu dieser psychologische Erklärung von Jung dazu. Er sagt ja auch, dass wir eben das so ein bisschen, ja, wie manifestieren oder uns halt das vorstellen können, nur das, was uns jetzt in unserem technischen Hintergrund, was wir verstehen. Also, dass jetzt die indigenen Völker, die jetzt noch nicht so mit KI was zu tun haben, wahrscheinlich diese UFOs anders sehen, als wie wir sie sehen. Und so ist das. Also genauso, wie du es erklärt hast. Aber was ich ja auch für eine Theorie aufgestellt habe, die fand ich auch interessant. Die kam mir, weil ich ja viel mit Träumen immer auch zu tun habe und da ja auch immer Connections, ich sage jetzt mal mit Sternenvölkern herstellen kann, da kam mir eine Frage oder ja eine Frage auf, gab es dann, also Before Alien Contact und After Alien Contact, aber gab es denn überhaupt ein Before Alien Contact? Also für mich ist das eigentlich, also... Ist eine große Frage, ist eine große Frage. Ist es tatsächlich so, wie es jetzt sozusagen gelehrt wird noch an den Schulen und Universitäten, ist es tatsächlich so, dass wir als eine Asner Ursuppe entstanden sind und dann haben sich so ein paar Enzyme und Zellen gefunden und dann ist das alles wieder komplexer geworden und irgendwann kam da mal Intelligenz dazu. Es gibt Leute, die sagen, wenn man dieses Modell ernsthaft vertritt, dann geht man auch davon aus, man nimmt nur genügend Ziegel und wirft die auf den Haufen und irgendwann steht da mal ein wunderschönes Haus. Ich habe die alle auf den Haufen geworfen, die Ziegel, aber irgendwann steht da ein wunderschönes Haus. Das ist diese Art von Evolution, wo ich auch sage, Moment, irgendwas, irgendwas passt da nicht ganz. Man sieht es ja auch an, sagen wir mal, dem Verhältnis Geist Materie, würde ich das übersetzen. Wenn jetzt jemand gestorben ist, ja, also da ist alles noch da, ja, also der Körper ist noch da, das Blut ist noch da, die Organe, ist alles noch da. Aber das Entscheidende, was diesen Körper in Bewegung und bewusst gehalten hat, das fehlt. Also da ist irgendwo eine Information und diese Information kannst du Seele nennen, die kannst du Geist nennen, was auch immer. Aber da ist eben noch mehr als diese sichtbare Welt und ja, warum sollen wir nicht auch ursprünglich mal von einem anderen Planeten auf die Erde gekommen sein? Also alles, was wir so ansatzweise über den Mars wissen, ist, dass da wahrscheinlich auch mal eine zweite Erde gewesen ist. Aber dann hat es irgendeine Katastrophe gegeben, welche jetzt auch immer, ob jetzt eben Naturkatastrophe oder vielleicht Haus gemacht. Also auch wir sind ja inzwischen in der Lage, uns hier komplett auszulöschen, wenn wir das nur wollen. Und so gewisse suizidale Entscheidungen oder Tendenzen sind momentan durchaus sichtbar. Ja, wie gesagt, das funktioniert und vielleicht ist das auf dem Mars passiert und vielleicht sind eigentlich welche vom Mars einfach nur auf die Erde gekommen und haben gesagt, wir machen die halt weiter. Oder also im anderen Sternensystem, wie auch immer. Ja, und da ist, da gibt es auch, fällt mir gerade sogar ein nochmal, weil man gerade über seinen Zwichtschlitter so und es war da, sprechen von Arnes Vierberg, die stummen Götter, ganz interessant zu lesen. Da geht es auch um sowas, was die halt hinterlassen haben und wo halt auch ganz ganz gewaltige Missverständnisse zwischen den örtlichen Raumfahrern und dieser Technik auftreten. Also das heißt also, was du sagtest, wenn nur etwas weit genug entwickelt ist, dann bleibt es unverständlich für uns. Also wir können auch an bestimmten Sachen vorbeigehen und ich denke auch eine nur weitentwickelte Intelligenz, also die jetzt meinetwegen nicht unbedingt mehr diesen Körper braucht, den wir haben, sondern die dann in ganz anderen Dingen existieren kann, die würden wir gar nicht wahrnehmen. Also solange wir es uns nicht vorstellen können. Und vorstellen kann man sich ja eigentlich das, wo wir bei Jung wieder sind, womit wir irgendwann Bezug hatten. Das kann man dann realisieren, das kann man auch manifestieren. Und die Wahrnehmung, die wir haben, ist ja nicht die Realität. Also wir haben eine Wahrnehmung der Realität, aber diese Wahrnehmung ist nicht die Realität. Sonst nährt sich der an. Die kann uns aber auch mal zum Normen halten. Das ist das Gleiche. Also mein Großvater hat immer gesagt, jeder sieht das, was er sehen will. Der eine sieht einen Gott, der andere sieht einen Raumfahrer. Also das, denke ich, das hängt auch mit dazu zusammen. Das Phänomen ist aus meiner Sicht auch so interessant, weil es halt eben so vielgestaltig ist und weil es eben wirklich unser Selbstverständnis berührt. Du hattest gesagt, diese Raum oder diese Kontakte, die man da in den 40er, 50er Jahren hat, in den 40er, 50er Jahren waren es immer hochgewachsene, hellhäutige Personen. Manche haben die sogar mit Deutschen verglichen, als dass es irgendwelche deutschen Flugscheiben gewesen sein sollen. Irgendwann setzt man mal diese Metamorphose ein und dann waren es irgendwann die kleinen Grauen, also das, was bei E.T. in den 80ern über die Leinwand geflimmert ist. Aber da hat man auch so diese Weiterentwicklung. Und das, denke ich, das passt auch dazu, dass sie sich halt auch unseren wandelnden Vorstellungen einfach anpassen. Möglicherweise diese Vorstellung teilweise auch aktiv mit Form. Das kann durchaus eine Rolle mitspielen. Und ich habe aus meiner Jugend, habe ich eben, was Technik anbetrifft, auch so die Erfahrung gemacht, weil ich eben bei der Armee längere Zeit gedient habe, weil ich in einer Spezialeinheit war, dann hat man es mal realisiert, was es so für einen Abstand von verfügbaren Möglichkeiten gibt. Also zu meiner Zeit, und das war an der Wende der 80er zu den 90ern, war es so, dass man sagt, die Geheimdienste, die sind so etwa 20 bis 25 Jahre voraus. Die Armee ist so 10 bis 15 Jahre voraus. Und dann kommt irgendwas, das, was die Zivilisten so verwenden. Das war aus unserer Sicht heute gemütlichen 80er. Also es war lange vor Internet, das war lange vor KI. Jetzt nehmen wir einfach nur mal an, was möglicherweise die Dienste heute schon zur Verfügung haben, was möglicherweise die Armee heute zur Verfügung hat. Und dann vergleichen wir das mal mit einer Intelligenz, die vielleicht viele Jahrhunderttausende, vielleicht sogar viele Jahrmillionen älter ist als wir, was die zur Verfügung haben. Also das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geheimdienste. Ja, also ich finde das, wie gesagt, das Thema hochspannend. Ich beschäftige mich ja auch schon Jahrzehnte damit, weil ich da auch, in Anführungszeichen, weil ja auch Betroffene war, von Kind auf mit den Entführungen. Hört sich ganz drastisch und komisch an, auch die Sichtungen. Also es ist ja immer so, dass, so wie du es gesagt hast, wenn man in einer Gruppe ist und sieht was, dann ist es ja so, dass die, dass jeder immer irgendwas anderes gesehen hat. Also ich weiß ja, ich bin mit meinem Mann da gefahren und wir hatten ja dann auch eine Sichtung und das war ganz, ganz klar und deutlich und groß und so weiter. Wir beide haben das gesehen, aber trotzdem hat jeder sich so auf andere Sachen konzentriert. Also ich habe das, also dieses, was unter dieser Wolke aufgetaucht ist. Also man kann sich das Video, auch meine Sichtungen angucken, auf meinem neuen Alien-Kontakt-69-Kanal bei YouTube. Da habe ich das hochgeladen. Ich habe das jetzt extra ein bisschen getrennt, weil, wie gesagt, ich finde es ein spezielles Thema einfach. Und es gehört zwar auch, also es ist ja alles Bewusstsein, aber mancher stößt sich halt an solche Themen und deswegen habe ich so, okay, ich trenne das jetzt. Deswegen kann man das sich dann eben auf diesem separaten Kanal ansehen. Also und wie gesagt, mein Mann hat das zwar auch gesehen, aber wenn du ihn jetzt fragen würdest, er hat das natürlich anders wahrgenommen und so ist es halt auch. Du kannst mit 20 Leuten, 30 Leuten stehen und sagen ja, der eine, da waren rote Lichter und ja, ne, die waren orange oder ne, die waren gelb und das hat grün geleuchtet. Und so ist das. Und ich glaube auch, dass das, ich sage das immer, wie gesagt, das habe ich auch von meinen Begegnungen gesagt bekommen, unsere energetische Signatur, das ist wie, man kann sich das vorstellen wie die Aura. Wir sind mit allem verbunden und alles hat eine Ausstrahlung. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel, so wie du vorhin so schön gesagt hast, wir schmeißen da einen Steinhaufen hin, da wird ein Haus draus. Wenn sich jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Leute zusammentun und geben ihre Energie da rein und bauen das Haus aus diesen Steinen, dann hat dieses Haus diese energetische Signatur von diesen drei Leuten. Und dann wohnen da Leute drin. Und so füllt sich diese Steine und dieses Haus eben mit diesen energetischen Signaturen. Und deswegen kann man sich das auch gut vorstellen, wenn dann jemand stirbt in dem Haus und dann bleiben Signaturen einzelner Moleküle dieser Signaturen oder Quanten, wenn man das so sagen macht, übrig. Und genauso ist das. Deswegen kann dieses Phänomen, deswegen denke ich auch mal, dass wenn man in den 40er, 50er, 60er, 70er, 80er Jahren dieses Phänomen beobachtet hat, einfach nur das gesehen haben, was ich eben für mein Verständnis in diesem Jahrzehnt halt hatte. Ja, richtig, richtig. Interessantes Beispiel, weil wir ja auch mit diesen psychologischen Situationen dort immer konfrontiert sind. Ich habe ja mal Jura studiert. Und natürlich, wenn man sich mit Strafrecht beschäftigt, geht es ja auch immer um die Werthaltigkeit von Beweisen. Man hat natürlich handfeste Beweise. Das können eben Gegenstände sein. Das können Spuren sein. Und es gibt natürlich auch mal die Zeugenaussage. Es gibt auch mal die Augenzeugen oder Leute, die eben was gesehen haben wollen oder glauben. Und wie gewichtig ist das? Und da gibt es ein interessantes Spiel. Wir haben das mal in einer Seminargruppe gespielt. Und zwar wurde eine Gerichtsverhandlung, also eine Strafrechtsverhandlung nachgestellt mit Richtern, mit Staatsanwalt, mit Beschuldigten, mit dem Verteidiger und dem Publikum. Und einer aus unserer Gruppe, der war aber vorher nicht benannt worden, der hatte die Aufgabe, während dieses ganzen Spiels aufzustehen und irgendjemandem, also es war ja völlig frei drin, wem irgendetwas zu vermitteln. Also entweder einen Zettel hinzulegen, auf der er was geschrieben hatte, ihm irgendwas ins Ohr zu flüstern, ihm irgendwas zu sagen, wie auch immer. Das war seine Geschichte. Und nach Abschluss dieser Gerichtssimulation wurden alle Anwesenden, also in dem Fall alle 20 Leute dieser Seminargruppe, dann vom Professor und von seinen Assistenten gefragt, was gab es denn Ungewöhnliches während dieser Gerichtsverhandlung? Was war denn außergewöhnlich jetzt? 20 Leute, 25 Meinung. Also jeder hat wirklich etwas anders gesehen. Beim einen war es eben ein Mädchen, was reingekommen ist und das hat den Zettel hingelegt. Beim anderen war es eben ein Junge, der dem Richter was ins Ohr geflussert hat. Nein, das war nicht der Richter, das war dem Staatsanwalt. Nein, der hat dem Anwalt assistiert, dem Beklagten. Solche Sachen. Also das Sinn und Zweck war, immer wenn man dann aber in diese Verantwortung geht, wenn man selber in der Justiz arbeitet, gerade als Anwalt, als Staatsanwalt oder gerade als Richter, immer wichten zu können, was haben denn die Zeugen denn wirklich gesehen? Oder was, wo sind die Filter? Also finde ich ganz spannend und so eine Gruppensichtung eines, ich sage jetzt mal, nicht näher definierten Objektes, hatten wir vor einiger Zeit mal am Golf von Begalen an der Koromandelsee, also Format Bali-Programm, dort wo wir halt mit unseren Gästen im Hotel sind, am Strand, wenn wir zu den Palmberg-Bibliotheken reisen. Da war es wirklich ein wunderschönes Hotel direkt an der Küste und man hat auch ein bisschen Zeit, sich dann mal draußen hinzusetzen und mal ein vieles Getränk zu genießen und sich einfach mal zu unterhalten. Und das war halt so eine Runde und plötzlich fragt mich einer von den Gästen, sag mal, Thomas, gibt es hier Bale? Ihr Kollege, wir haben eine Außentemperatur von leicht über 30 Grad und die Wassertemperatur dürfte auch schon bei 26 Grad liegen. Also Wale definitiv nicht. Und da sagt er zu mir, aber du, da draußen schwimmt einer, und zwar ein besonders großer. Da schwamm wirklich was. Und einer von unseren Gästen, der war mega ausgerüstet, der hatte auch ein Fangglas mit dabei, ist dann halt ins Zimmer gegangen, hat dieses Fangglas geholt, haben uns das mal angeschaut, da schwamm wirklich was, aber das war kein Wal, sondern das sah aus wie ein, man könnte sagen, wie ein Flugzeugruf, komplett schwarz, ohne Landeskenner, ohne taktische Kenner, hatte vorne auch sowas wie ein Cockpit und schwamm da so, dümpelte vor sich hin. Die Fischer reagierten völlig entspannt, also die hatten das offensichtlich schon öfters gesehen, das haben sie uns auch später bestätigt, das ist eben mal da. Und dann sah man das an der Seite, also nicht am Heck, wo man es eigentlich erwarten würde, wo halt ein modernes Schiff oder ein U-Boot halt die Schrauben hat, sondern an der Seite schäumte das Wasser so auf, als würde ein Turbinen gestartet. Und dann ist das Teil in einer Geschwindigkeit getaucht. Das habe ich so noch nie gesehen. Also es waren maximal zehn Sekunden, der war weg. Und dann viertelstunde später kommt der indische Zollkutter angedümpelt und vorderlang. Also die haben da wahrscheinlich gemerkt, oh, da kommt was, dem zeigen wir uns nicht, sondern Maschinen an und weg. So ein U-Boot habe ich noch nie gesehen. Aber es war offensichtlich ein Teil, was also nicht nur sehr schnell tauchen konnte, sondern auch sehr schnell sich unter Wasser bewegen konnte. Ob das jetzt was Irdisches war oder etwas, keine Ahnung, innerirdisches, außerirdisches, interzeitliches, keine Ahnung. Aber es war eben auch so etwas Außergewöhnliches im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch da ging die Wahrnehmung, also wie lang es war, wie die Dimensionen waren, welche Farbe es war, wie die Tauchzeit war, da ging die Wahrnehmung in der Gruppe auch relativ weit auseinander. Also am Ende sieht jeder das, was er sehen will. Ja, ja. Und was meinst du jetzt zu der Theorie, dieses Bevor-Alien-Contact oder After-Alien-Contact? Nee, also für mich ist es eigentlich so, dass diese Art von Leben ist im Universum immanent. Es ist immanent. Und wo das jetzt zuerst entstanden ist, da kann man drüber spekulieren, aber das ist müßig. Sondern ich denke eben, dass auch von Anfang an, also auch das, was wir jetzt meinetwegen als Erdordzeit bezahlen, lange bevor da Wesen intelligent geworden sind oder bevor intelligentes Leben hier ankam, dass es da eben auch schon Kontakte gegeben hat. Denk mal an die Ostsee-Anomalie. Ja, also da gibt es zweimal, ja, jetzt haben wir es gelöst und ein halbes Jahr später heißt es, doch nicht, hat ja wieder was anderes. Also das kann ja Jahrhunderttausende, Jahrmillionen kann das alles sein, was da auf dem Grund der Baltischen See liegt. Und das erinnert sehr an Technik. Also sehr, sehr an Technik. Das halte ich nicht für eine natürliche Anomalie. Und so gibt es ja einiges, was weltweit, ob es jetzt im Bereich der heutigen Karibik ist, wie gesagt, der Baltischen See in Fernost vor der japanischen Küste zum Beispiel. Also da haben wir schon Hinterlassenschaften, wo man eben sagen kann, ja, das sind Beispiele, dass also diese Anwesenheit intelligenten Lebens also sehr, sehr, sehr weit zurückreicht. Dass sich da eine scharfe Grenze ziehen würde, also zu sagen, meinetwegen jetzt so historische Ereignisse, wie zur Zeit Marbarata oder zur Zeit vom Ramayana oder zur Zeit der Bibel oder der Skillgist. Da waren sie hier. Das ist müßig. Das ist müßig. Zum einen liegen uns nicht genügend Informationen vor. Wir wissen aus allen Weltgegenden, dass es das gab. Eine Chronologie dort zu erstellen, ist sicherlich möglich, aber bestimmt auch nicht im Detail, weil da fehlen uns auch zu viele Informationen. Also man kann dann sicherlich versuchen, bestimmte Lücken zu schließen. Es wäre eine lohnenswerte Aufgabe, einfach mal so etwas zusammenzutragen. So eine Chronologie der Kontakte auch bis in die ferne Vergangenheit herzustellen, erfordert natürlich einen großen Aufwand, wobei jetzt im Computerzeitalter und wie gesagt mit Unterstützung von KI drückt es durchaus in den Bereich des Machbaren so etwas zusammenzustellen. Trotzdem würde ich sagen, eine exakte Grenze zu ziehen, zu sagen, also bis dahin waren wir sozusagen allein auf weiter Floh und dann kamen sie ja, das halte ich für schwierig. Das halte ich für schwierig. Ja, das ist ja auch das. Und man kann ja also dieses Zurückdenken. Also die Präastronautik ist ja was, was wirklich in die Vergangenheit geht. Aber viele sagen, also ich meine, Erich von Däningen hat es ja wirklich nicht leicht. Und auch sein ganzes Leben nicht leicht gehabt mit dieser Annahme oder mit seinen Themen, die er sich da beschäftigt hat. Aber es sind nicht nur Hinweise, die es gibt, sondern es sind ja Beweise, die da sind. Und ganz klar sind, ich verstehe gar nicht, warum die Wissenschaftler das gar nicht sehen oder sehen wollen. So oft ist es ja meistens so, dass sie es nicht sehen wollen. Weil, also was für Beweise braucht man noch? Also die ganzen Zeichnungen, die Hieroglyphen, die überall an den Wänden sind. Also ich gucke zum Beispiel ganz gerne auf YouTube diese Desert Drifter, heißt der junge Mann, der durch die Canyons reist und da Hieroglyphen findet, die 200 Meter hoch sind. Ich meine, klar, damals war natürlich das alles anders angelegt. Da waren die Meere oder die Seen oder Flüsse natürlich höher. Aber diese Zeichnungen, die können nicht, das fällt ja fast da. Ja, richtig, richtig. Also ich nehme an, dass das vor allem auch Coso Range und Matarango ist, was er dort mit zeigt, weil das sind ja Sachen, die befinden sich leider Gottes überwiegend auf Armai-Territorium. Also der Navy Coso Range, die haben da so ein Testgelände. Aber das ist die größte Ansammlung von Petroglyphen, also von Felszeichnungen in der Neuen Welt. Das kann man vergleichen mit denen, die wir halt in Italien, in Norditalien da im Alpenbereich haben. Also das ist Valcommonica zum Beispiel. Also dort, muss ich sagen, haben wir auch selber solche Sachen gesehen, die eindeutig nicht menschlich sind. Also die, ja, anthropomorph, also menschenähnlich sind. Und dort, ja, was den Erich anbetrifft, ich ziehe da echt einen Hut vor ihm. Der Mann ist jetzt 89, der hat es immer noch drauf. Der füllt Seele, der schreibt Bücher, der reist, der begeistert die Leute noch bevor. Ich finde es faszinierend. Also der Mann, der lebt sein Leben, der lebt seine Bestimmung wirklich. Und was man ihm zugutehalten muss, man muss nicht im Detail alle Annahmen teilen, aber was man ihm auf jeden Fall zugutehalten muss, ist, dass er einen völlig neuen Blickwinkel in die Betrachtung unserer Vergangenheit hineingebracht hat und dass er mit der überwiegenden Mehrzahl seiner Annahmen, seiner Theorien gar nicht mal so schief liegt, sondern ganz im Gegenteil. Da ist eben etwas, wo die klassische Geschichtswissenschaft blinden Fleck hat oder blinden Fleck haben will. Aber, und das ist das große Aber, weil du sagst, die müssten das doch wahrnehmen. Ja, die nehmen das mal. Nur, wenn man mal schaut, wo kommt denn die Archäologie her, wo kommt denn die Historie her, die Geschichtswissenschaft, ja, die kommt aus der vergleichenden Religionswissenschaft. Und wenn ich die Grundlagen der Geschichtswissenschaft infrage stelle, stelle ich die Grundlagen der Religion infrage. Also auch der Religionswissenschaft und damit auch der Religion. Und da haben wir einen ganz großen Beweggrund. Also wer zum Beispiel, ja, gut, der Vatikan, der ist wahrscheinlich nicht mehr so, obwohl er ist auch noch mächtig genug. Und, aber wenn man dort sagt, ja, okay, das geht halt also jetzt nicht auf irgendeinen Schöpfergott zurück, was er dort anbetet, sondern das waren halt ein paar Ausortische, die dort ihre ganz eigenen Vorstellungen hatten. Und das endet sicherlich in einer mehr oder weniger scharfen Diskussion mit entsprechenden Theologen. Aber jetzt bitte gehen wir nach Mekka und stell dich vor die Kabah und sage, also das, was ich da anbetet, diesen schwarzen Würfel und diesen Stein, also das ist nicht euer Allah, sondern das haben die Außerirdischen hergebracht. Weiß nicht, wie lange das unbescheuertes überstehen wird. Also ich meine, das hat auch so gewisse, ich sag mal, auch physische Auswirkungen. Wobei ich jetzt nicht, das mache ich nicht nur am Islamfest, ich würde es auch, ich wäre auch vorsichtig, das, wie gesagt, in Rom zu äußern oder an der Klagemauer irgendwelche großen Reden zu schwingen oder auch in einem Hindu-Tempel zu sagen, ja, das war doch alles Außerirdische. Wäre vielleicht nicht die cleverste Idee. Was meint, also das hat, dieser Glaube hat nach wie vor noch eine ganz, ganz, ganz starke Auswirkung auf das Leben von Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen. Und die finden darin ihren Halt. Und was du machst in dem Moment, wenn du jetzt sagst, die Geschichte war aber ganz anders und euer Glaube hat praktisch seine Ursachen nicht in einem, sagen wir mal, Schöpferwesen oder in einer Theogonie, einem Pantheon von Göttern, sondern das sind eigentlich alles ganz reale Wesen und die sind eigentlich so wie du und ich, aber die sind halt eben ein paar Jahrzehntausende oder Jahrhunderttausende technologisch weiter fortgeschritten. Da sind wir bei dem alten Satz, jede nur weit genug entwickelte Technik ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Ja, natürlich, das ist der Schlüssel zur Lösung, aber ist denn ein Gläubiger, der in diesen Glaubenssystemen aufgewachsen ist, bereit, das zu akzeptieren? Ja, es ist ja schon für viele Leute unglaublich beängstigend zu sagen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich komme ohne diesen klassischen Gottesbegriff aus. Das heißt, ich bin jetzt Atheist, ich gehe davon aus, es gibt vielleicht ein höheres Prinzip, was die Materie ordnet, das kann ich aber nicht genau fassen, also gehe ich davon aus, ein Gott gibt es auf jeden Fall nicht. Oder jemand, der sagt, ich bin halt jemand, der sich mit spirituellen Themen beschäftigt, da ist etwas, was du Gott nennen kannst, das kann aber auch ein höheres Selbst sein oder dein Bewusstsein oder wie du es jetzt immer nennen willst, aber es gibt diesen klassischen, und dann schau einfach mal die Reaktion von Leuten, die in, sagen wir mal, klassischen Religionssystemen groß geworden sind. Also, wie da sofort das Ganze als Bedrohung aufgefasst wird, als Bedrohung des eigenen Weltbildes und wie dann reagiert wird. Und deswegen ist für mich die große Frage nicht, wird es denn in absehbarer Zeit, das hören wir jetzt gerne bei den Palmblatt-Lesungen sehr oft, gibt es diese Frage, wird es denn in absehbarer Zeit zu einem offiziellen Kontakt kommen? Antwort vom Palmblatt-Lösungen. Den haben wir ja immer schon. Ist immer gleich so, wieso kommen, es ist doch schon da. Aber offiziell, da frage ich dann Leute, bist du denn der Meinung, dass du für den Kontakt bereit bist, oder bist du der Meinung auch, dass die anderen für den Kontakt bereit sind? Genau. Sind wir als Gesellschaft, sind wir als Menschheit wirklich bereit? Also, ich glaube es nicht. Wir sind doch nicht mehr bereit fürs Internet, für die sozialen Netzwerke schon gar nicht. Guck dir einfach mal an, was da los ist. Entschuldigung. Ja, es ist aber so. Genau. Also, ja, das wird ja auch, wie gesagt, in den, ich sage es mal, UFO-Kreisen ja auch alles diskutiert. Und die Soul Foundation, die sich ja letztes Jahr gegründet hat, im August und im November ja ihre erste Konferenz hatte, da ging, und es ging, da ging es ja, also, das ist das, was jetzt so veröffentlicht wurde. Ich habe jetzt durch die Recherche erfahren, dass in den 50er Jahren ja auch schon mal, ich sage mal, so eine Öffentlichkeit oder ein Disclosure stattfinden sollte, da haben sie auch schon mal diskutiert. Ja, wie sollen wir es denn dem Volk sagen? Ja, aber Leute, warum fragt ihr euch das? Also, lasst doch einfach das Volk da mal entscheiden. Mach doch alles öffentlich und wir kommen damit schon klar. Diese Fragen, die uns oder in uns entstehen, wenn wir was nicht wissen, ist ja wie bei kleinen Kindern, nee, du darfst das nicht, machst es ja erst recht. Und genau so ist doch, warum lassen sie es nicht einfach so, wie es kommt und lasst die Leute doch das erzählen, welche Erfahrungen sie hatten und tut sie nicht stigmatisieren. Einfach es so nehmen, wie es kommt und von außen betrachten und gar nicht so viel bewerten. Das finde ich doch immer eigentlich am wichtigsten. Bei allen Sachen. Das ist definitiv der richtige Ansatz. Nur musst du eben sehen, dass das für etablierte Kräfte ja auch immer eine Frage des Selbstverständnisses und natürlich auch eine Frage der Macht ist. Also, wenn ich den Glauben kontrolliere, kontrolliere ich die Seelen der Menschen. Und dann kann ich eigentlich machen, was ich will. Also, das ist eine sehr große Macht, die mir dann zur Verfügung steht. Und wenn jetzt plötzlich welche kommen und sagen, das ist eigentlich ganz anders, bewusst oder unbewusst, aber diese Weltsicht bedroht diese Macht, bedroht diese Kontrolle, die da ausgegeben wird. Und es ist natürlich klar, dass es dann von der Seite entsprechend Gegenwehr gibt. Das ist völlig normal, weil sie eben sozusagen ihren Autoritätsanspruch infrage gestellt sind. Ist natürlich so, dass sich das jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch grundsätzlich noch wandeln wird. Wir gehen halt in eine neue Welt, wir gehen in eine neue Zeit, wir erleben einen Paradigmenwechsel. Und diese Massenbewegung, und nichts anderes ist eine Religion, also eine Massenbewegung, die wird es so nicht mehr geben, die werden es so nicht mehr diesen Bestand haben, sondern es wird in eine Richtung einer Individualisierung gehen, auch was jetzt Spiritualität und auch Religion anbetrifft. Aber noch müssen wir eben sagen, kann es eben zum Beispiel sein, dass am Wochenende in einer deutschen Großstadt in Hamburg, dass sich da Leute hinstellen, die einen anderen Glauben haben, und allen anderen, die diesen Glauben nicht haben, mit dem Tote drohen, falls sie sich diesem Glauben nicht unterwerfen. In einer deutschen Großstadt des 21. Jahrhunderts. Und deswegen nochmal meine Frage, sind wir wirklich bereit als Gesellschaft für diesen Kontakt? Oder ist es nicht so wie in Ein Gott zu sein ist schwer, dass es doch besser ist für die andere Seite, sich etwas zurückzuhalten und uns erstmal weiter auf die Finger zu schauen, solange bis wir es entweder geschafft haben, bereit zu sein für diesen Kontakt, oder bis wir uns mal wieder von der Erdoberfläche nahezu komplett ausradiert haben im nächsten Krieg und das Abenteuer dann erneut starten kann. Ja, es ist an uns. Es liegt an uns. Es ist nicht, dass die anderen uns das sozusagen auf dem Silbertablett servieren müssen, dass es sie gibt, sondern ich denke, wir sind diejenigen, die zeigen müssen, dass wir nicht nur als Individuum, also da gehe ich davon aus, gibt es also gerade unter den Leuten, die sich mit diesen Themen beschäftigen, definitiv jede Menge an Leuten, die dafür bereit sind, sondern wir müssen auch beweisen, dass wir als Gesellschaft bereit sind und das bedeutet auch, dass wir als Gesellschaft, jetzt nicht nur als Individuum, sondern wir müssen auch als Gesellschaft unsere Aggression in den Griff kriegen. Ja, also ich versuche mich dann immer in die Sichtweise der Kollegen zu versetzen. Die gucken sich das an und sagen, hey, guck mal, wie die aufeinander einschlagen und wie kreativ die sind, wenn es darum geht, sich gegenseitig um die Ecke zu bringen. Dann kommen wir und dann vergessen die vielleicht mal ihre internen Zwistigkeiten und wenden sich mit all ihrer Macht gegen uns und gehen uns dann vielleicht entsprechend an. Und dann haben wir ein Problem. Das muss eigentlich nicht sein, das muss man jetzt nicht antun, wenn es nicht unbedingt irgendwo notwendig ist. Offensichtlich ist es nicht unbedingt notwendig. Also haltet man sich doch etwas zurück und sagt, lass es einfach mal machen. Wir schauen ja auch, wenn wir uns das Aquarium anschauen, das haben wir jetzt besetzt, das schwimmt jetzt alles so schön und wir gucken uns die bunten an und die, die besonders bunt sind, denen gucken wir halt ein bisschen mehr zu. Aber wir gucken da rein und wenn wir was machen, greifen wir nur minimal ein und damit diese Welt schön erhalten bleibt. Also ungefähr könnte ich mir das jetzt vorstellen, was diese alten Götter aktuell machen. Also dass hier, wenn sozusagen Eingriffe stattfinden, die dann doch minimal sind, damit es eben das Gleichgewicht und die Entwicklung dieser Welt eben nicht nachhaltig gestört oder geprägt wird. Also so könnte ich mir das vorstellen. Es gibt andere Meinungen, ich weiß, es gibt ja die Geschichte vom Gefängnisplaneten und so weiter. Aber Leute, da bin ich immer so vorsichtig und sage, ja, man kann natürlich die ganze Welt beklagen und man kann sagen, dass das ein irdisches Jammertal ist und wir sind da zu verdammt und ja, mal ist es der Demiurk, mal ist es der Satan, mal keine Ahnung, wer die Außerirdischen, die uns hier verdammt und versklavt haben. Aber ist das nicht eigentlich so eine kleine Entschuldigung für all unsere eigenen Unzulänglichkeiten, Fehler und dafür, dass wir also nicht da sind? Also ich bin auch dieser Meinung, dieses, was heißt Gefängnisplaneten, aber das haben wir uns selber zuzuschreiben. Nicht andere tun es, sondern wir als Menschen tun es und schotten uns gegenüber den anderen ab und sie haben dann immer mehr Schwierigkeiten, uns zu kontaktieren, weil Menschen von unserer Erde das eben nicht möchten, dass wir mit Zivilisationen in Kontakt treten oder halt als Volk in Kontakt treten. Ich meine, dann könnte es uns ja besser gehen, wir hätten die ganzen, wir würden alle Ressourcen schonend leben, ist egal, ob es mit Gas, Öl oder sonst irgendwas zu tun hat. Und ich meine, es gibt ja diese Professoren, die jetzt in der Stanford University eben sich da zusammengetan haben in der Soul Foundation, die sagen, es existiert alles, aber die Problematik ist, dass es, selbst die sagen es, es gibt irgendwo einen, in Anführungszeichen, tiefen Staat, der irgendwas kontrolliert, wo selbst die, ich sage jetzt mal, Präsidenten keine Ahnung davon haben, auch dieses Repräsentantenhaus, da auch Probleme haben, an diese ganzen Sachen überhaupt dranzukommen. Also muss es irgendwas geben, was wir nicht wissen, irgendwelche Menschen, die mit Sicherheit auch viel Geld haben. Richtig, Richtig, Stell dir das mal vor, also wenn diese Leute, die halt eben, die über das nötige Kapital verfügen, die haben natürlich sicherlich auch Interesse an solchen Sachen, weil sie versprechen sich damit ja in der Erweiterung ihrer eigenen Möglichkeiten, in der Erweiterung ihrer eigenen Macht. Ich meine, nicht umsonst, da hat Herr Harari die Menschen als hackbare Tiere bezeichnet, hackable animals. Also das Motto, da kann ich die Gedanken hacken und dann kann ich ihn beeinflussen. Also die Idee muss erst mal kommen, interessantes Weltbild und du musst aber dann auch die technischen Möglichkeiten haben und das deutet auch darauf hin, dass da in der Richtung auch geforscht wird, dass auch Möglichkeiten da sind und dass man eben danach strebt, diese Möglichkeiten zu nutzen. Also das natürlich, wenn du dich elitär fühlst, wenn du dieser kleine Club bist, der sozusagen in der Lage ist, sich sämtliche Regierungen dieser Welt kaufen zu können, wenn ich es nur will und dass nicht nur die Regierung, sondern runter bis auf die Kommunalebene das alles machen kann, wenn ich es will und das mit meinen Leuten entsprechend besetzen kann, hat ja der Herr Schwab selber da mit stolzgeschwellter Brust zugegeben, dass er das gemacht hat, vom WF her. Und das ist nur eine dieser Organisationen, es gibt ja etliche und die sind auch nicht alle friedlich miteinander. Also jeder von denen möchte den ganzen Kuchen haben und ja natürlich, jetzt die Verheißung meinetwegen auch in einer weit fortgeschrittenen Technologie, gerade für die Herrschaften im etwas fortgeschritteneren Alter, ja plötzlich forever young, ja plötzlich sind wir Götter, ja plötzlich sind wir unsterblich. Also es ist immer wieder was Besonderes. Unterstreichen wir doch nochmal unseren elitären Anspruch. Natürlich sind die an einer solchen Technologie, natürlich sind die an solchen Kontakten interessiert und natürlich werden die einen Teufel tun, das mit anderen zu teilen. Ja, sondern das möchten sie dann Was sagen sie uns? Die sind alle böse, die wollen uns töten und die Angst verbreiten. Das ist wieder das, was sie wollen, nicht sagen, nee, die wollen eigentlich unser gutes, weil wenn sie doch fortgeschritten sind und das sind sie ja auch, meinst du nicht, dass sie die Möglichkeit haben, uns irgendwie auszulöschen? Also das wäre ja lachhaft, wenn es nicht so wäre. Also das ist... Also sagen wir mal so, wenn sie es gewollt hätten, wenn sie so böse wären, dann hätten sie es schon längst gemacht. Also die Chancen kamen da, dann hätten sie es schon längst ausgeknipst. Also interessant ist auch, wie gesagt, diese Sichtweise. Fällt mir gerade ein, 80er Jahre, da haben wir das Thema vorhin hatten, wo es dann auch so um die Themen Zukunft ging, also Zeitreisen und solche Geschichten. Da gab es in der damaligen Sowjetunion eine kleine Miniserie, eine TV-Serie, die war für Kinder und Jugendliche produziert, nannte sich Gast aus der Zukunft. Und was sie da zeigten von dieser Zukunft, das war eigentlich etwas, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Wo also die Ressourcen da sind, wo die Leute umweltschonend leben. Also eine Welt, eine schöne, strahlende, helle Lichtwelt, in der man leben möchte. Das ist die Zukunft, die man will. Ein Vierteljahr nach der Publikation, nach der Veröffentlichung dieser sowjetischen Serie, gab es in den USA auch eine Premiere. Da kommt Terminator raus. Also diese beiden, diese beiden extrem polaren Sichtweisen der Zukunft. Da sieht man doch mal, na also, wo, was sein kann und was eben gezeigt wird. Leider hat sich momentan diese Terminator-Linie mehr durchgesetzt. Wenn ich so an diese ganzen Mad Max-Geschichten denke, wenn ich an diese Alien-Geschichten bei Außerirdischen sehe, denke immer, das Alien ist böse, das ist gerissen, das ist fast allmächtig. Denke an Independence Day, diese Hollywood-Klischees da, die sind, also entweder wollen sie uns kontrollieren, sie wollen uns fressen oder sie wollen uns unterjochen oder was auch immer, aber auf jeden Fall ist sie ganz böse und am Ende sitzt die Atom-Dombe. Richtig. Und das ist das Thema. Da frage ich mich dann ja, warum denn immer, es ist eine Urangst, also weil der Mensch hat vor dem richtig Angst, was er nicht kennt. Ja, und in dem Moment, wenn ich ihm aber auch den Weg der Erkenntnis verwehre und auf der anderen Seite die Ängste züchte, das war wieder beim Kollegen Jung und Konsorten, dann habe ich natürlich eine Möglichkeit, den Mensch über diese Angst zu kontrollieren. Erinnert dich das an was, so an die letzten Jahre, etwas, was wir nicht kennen und wo aber gar nicht drüber geredet werden durfte, was es vielleicht wirklich sein konnte, sondern wo es eben um die Angst ging. Und dann kam das einzig, das einzig wahre Lösungsmittel, da brauchen wir jetzt nicht weiterreden, aber ich denke, unsere Zuschauer wissen, worum es geht. Das ist auch so ein Ort, wie man kontrollieren kann. Aber es gab es ja schon immer. Das gab es ja schon immer. Also es war ja auch in den 20er, 30er Jahren gab es ja auch mal so eine Pandemie. Danach kam der Krieg. Dann gab es wieder was. Danach kam der Krieg. Also es wiederholt sich ja auch. Also es ist ja auch offensichtlich, genau wie das mit den Hinweisen und Beweisen ist egal. Also komischerweise bei vielen anderen tun sich die Wissenschaftler, Archäologen und so weiter ganz leicht. Dann sagen sie, ach, da haben wir was Neues entdeckt, das sind Beweise, jetzt gibt es was Neues, das ist Fakt. So, wenn es jetzt ums Thema, ich sage mal, außerirdische UFOs und sowas geht, das ist immer irgendwie ein Thema, da genügen keine Beweise oder dann ist es trotzdem falsch. falsch. Und wenn die dann merken, okay, ah, jetzt ist das Volk, sieht, sieht viele solche Sachen und es wird auch viel veröffentlichen in YouTube und so weiter. Und da müssen wir jetzt wieder was zwischen reinschalten, die Medien anschalten und müssen da Angst draus machen. Aber mittlerweile, glaube ich, ist das so, dass die Menschen auch verstehen, dass wir eigentlich davor gar keine Angst haben müssen, sondern wir müssen eigentlich vor uns selbst Angst haben, weil das machen wir ja. Ja, es ist ja dieses Thema, was du sagst, das ist diese Wiederholung. Und ich denke, jetzt ist auch von der Zeitqualität her wirklich eine ausgezeichnete Gelegenheit, diese ewigen Wiederholungen zu durchbrechen. Und wie gesagt, es liegt an uns, das ist vollkommen recht, es liegt genau an uns, dass wir eben diese Ängste, dass wir diese Begrenzungen, dass wir auch dieses separiert sein entsprechend überwinden und ja, zu einer neuen Weltsicht finden. Und das wird, wenn man den Aussagen der Palmberg-Bibliotheken Glauben schenkt und auch anderen Vorhersagen, wird sich das innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre so entwickeln. Also wir gehen wirklich durch einen Paradigmenwechsel. Durch auch einen Paradigmenwechsel bedeutet nicht nur, dass sich neue Erkenntnisse geben wird, sondern es ändert sich nachdrücklich die Sicht auf die Welt. Also das, was man jetzt in der Historie mit der Renaissance zum Beispiel vergleicht, im Gegensatz zum Mittelalter oder mit all dem, was nach der französischen Revolution begann, oder mit der Aufklärung sozusagen. In so einer Sicht bloß noch bei weitem mehr, was unser eigenes Selbstverständnis anbetrifft. Und deswegen ist natürlich auch die Reaktion der anderen Seite verständlich. Also Sie merken, dass ich für Sie Zeitfenster schließe, Sie merken, dass ich hier, dass die Dinge, mit denen Sie über lange, lange Jahre, Jahrhunderte dann das relativ einfach klären konnten, in Ihrem Sinne klären können, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, dass es eben nicht mehr funktioniert, dass es jetzt in eine andere Richtung geht, weil man bloß mal die einschlägigen Memes im Netz sich anschauen, wenn wieder irgendwie so eine neue Angstsau, jetzt sage ich, Entschuldigung, wenn es jetzt etwas vulgär klingt, aber so eine neue Angstsau durchs Dorf getrieben wird, wie die Reaktion des Netzes dann ausfällt. Also so viel Spott habe ich noch nie gesehen, was man dann, wenn wieder irgendjemand sich zu Wort meldet und sagt, ja, jetzt wird es ganz gefährlich, weil wir haben 20 Grad im April und jetzt werden wir alle sterben. Ja, so wird es dann überspitzt. Und klar birgt das auch das Risiko, dass man leichtsinnig wird, aber ich denke, das traue ich eigentlich unseren Zeitgenossen zu, abzuschätzen, was wirklich problematisch werden könnte und auch zu sehen, was, wo eben, sagen wir, hier spielt jemand mit unseren Emotionen, hier spielt jemand mit unseren Ängsten und wer das macht und dann auch noch von der Rettung der Menschheit oder der Rettung des Klimas redet, ob der so lautere Absichten hat, das ist zu bezweifeln. Also dieses Unterscheiden können, das finde ich, das entwickelt sich seit einigen Jahren immer mehr und auch immer intensiver und das wird letztlich auch, das ist meine tiefste Überzeugung, dazu führen, dass diese Begrenzung, die wir momentan haben, diese Probleme, die wir haben, dass wir die auch erfolgreich lösen können. Aber empfindest du das auch, also was ich jetzt immer mehr jetzt auch auf den ganzen Kanälen sehe, es wird selbst, ich sage es mal alternative Medien, so nenne ich das eben, also da wird auch sehr viel Angst geschürt, es werden sehr viele, also KI-Bilder, ich sehe nur noch auf den ganzen Kanälen, ich habe das ja natürlich auch viel immer hochgeladen und habe mich sehr damit beschäftigt, weil ich das toll fand, Bilder zu generieren, weil ich nicht zeichnen konnte und so weiter, aber ich merke, dass jetzt in den letzten Monat ganz, ganz extrem bei den großen Kanälen, dass sie sehr viel mit KI-Bildern und auch mit Angstbildern arbeiten, sich selbst auch als Teufel oder König, der von oben rapschaut, reinprojizieren in diese Bilder und man kann komischerweise nur mit einer Headline Menschen oder Abonnenten anziehen, die Schreckliches verbreiten. Wenn du hinschreibst, irgendwas Tolles, es wird alles gut oder ihr seid alle toll, damit kannst du irgendwie keine Leute ziehen, du kannst wirklich nur mit Angstmache, Leute ziehen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ja, ich habe jetzt die Erfahrung durch, sagen wir mal, in den Medien jetzt so nicht. Fängt doch vielleicht einfach zusammen mit den Themen, die ich bearbeite, wie sich die Community jetzt auch meinetwegen halt beim YouTube-Kanal da strukturiert hat oder auf den sozialen Netzwerken. Ich weiß, dass das Leute das machen. Man muss vielleicht ein paar Sachen grundsätzlich unterscheiden. Zum einen natürlich KI. KI ist auch was Unbekanntes. Okay, Unbekanntes erregt erst mal Furcht. nur KI ist wie ein Hammer. Also KI kann ich nutzen, um etwas Wunderschönes zu kreieren. Bild, ich habe es letztens auch mal versucht, da habe ich also gerade mal so ein bisschen experimentiert mit Bildern. Also die Chantal hat die KI wunderbar hingekriegt. Also wirklich, muss ich sagen, wenn man so die historische Beschreibung hat die KI wirklich super hingekriegt. Das Zeitreise-Kommando, die war ein bisschen ebenbar. Also das war so, als wäre komplett Star Wars angetreten. Also das war einfach ein bisschen zu viel. Und manchmal ist KI auch ein bisschen dumm, weil ich hatte als Hintergrund dort die Kathedrale von Huang vorgegeben und dass es eben Frankreich ist. Und das hat sie wörtlich genommen, die KI, weil hat sie nämlich mittelalterliche Geschichte. Wir wissen, Verbrennung von John Dark war im beginnenden 15. Jahrhundert. Und was macht die KI? Sie setzt die französische Tricolore oben auf die Kirche drauf. Wundervoll. Also wie gesagt, bevor die KI die Weltherrschaft übernimmt, dauert noch eine Weile. Was ich jetzt aber noch sehen muss, die Leute, wo du sagst, also dass da plötzlich dann auch im alternativen Bereich mit Angst gearbeitet wird. Naja, guck dir an, was jetzt bei so wichtigen Daten Jahrtausendwechsel, also der Millennium-Bug, erinnerst du dich vielleicht noch. Dann 2012, Ende des Maiar-Kalenders. So markante Geschichten, da krachten immer wieder dieselben Themen auch. Also Dritter Weltkrieg. Und letztlich ist es etwas, was ganz tief aus unserer Kultur kommt. Das Christentum hat 2000 Jahre lang unsere Psyche geprägt. Da brauchen wir bloß mal Kollegen Jung fragen. Der wird das wahrscheinlich auch ausführlich begründen können oder hat es schon getan in seinen Werken. Das heißt also, da ist diese messianische Endzeithoffnung, aber auch diese Endzeitfurcht. Also gerade unter alternativen Szene hast du sehr oft die Situation, da kommt jemand, wahlweise Trump, Putin, die Whiteheads, Kuelen, die Außerirdischen, wer auch immer und rettet uns. Und dann gibt es als Counterpart natürlich, als die Gegenseite, ja, da gibt es die ganz Bösen, der Deep State und die Außerirdischen und der Satanist und was auch immer und der Lucifer am Ende selber und der will uns alle vernichten. Und in diesem Spannungsfeld existiert das Ganze, hängt aber damit zusammen, ja, das ist das, was das Christentum unseren Vorvätern und Müttern über die Jahrtausende beigebracht hat. Ja, also entweder du bist ganz lieb, dann kommst du nach der großen Endschlacht ins Paradies und bleibst da oder du bist einer von den vielen Bösen und dann ab in die Hölle und dann wirst du in alle Ewigkeit da unten geschmort. Das hängt natürlich nochmal drin und in Extremsituationen und wir befinden uns momentan in Extremsituationen, die Zeiten sind alles andere als leicht. Da kommt sowas natürlich wieder hoch und dann, wenn ein Kanalbetreiber, ich habe jetzt nicht die Idee, wer das jetzt im Einzelnen ist, ist ja auch egal, aber wenn ein Kanalbetreiber sowas macht, ich habe das nicht so allgemein so gesehen, ich gucke dir auch mal so alles gut. Ja, wenn ein Kanalbetreiber sowas macht, dann zeigt er damit seine eigenen Ängste, damit zeigt er auch sein eigenes Gesicht, mehr oder weniger freiwillig, aber er zeigt es halt. Und wenn ich als Kanalbetreiber auf das Modell Angst setze und mich aber als Alternativ bezeichne, dann muss ich persönlich sagen, bin ich nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Dann bin ich irgendwo mal stecken geblieben, dann bin ich noch nicht dort, wo ich eigentlich hin will. Dann muss ich vielleicht auch mal meine eigene Entwicklung und muss ich vielleicht auch mal meine eigene Weltsicht überdenken und ist es aber so, wir haben es in der gerade speziell im deutschsprachigen Raum. Also ich sage jetzt noch nicht mal nur Deutschland. Also guck dir die Kollegen aus Österreich an und vielleicht scheinen es ein paar zu und entweder widersprechen sie, aber ich denke, sie werden zustimmen. Bei den Österreichern gibt es auch so richtige Krantler, also die, die richtig so miese Petrisch sind, so richtig und den Leuten, das sie gerade im Deutschsprachigen haben, bringt denen mal eine gute Nachricht. Bring denen mal eine gute Nachricht. Ey, Zeitreisekommando ist unterwegs. Die schaffen das auf jeden Fall, die aus der guten noch ein schlechter zu machen. Ja, nee, also was weiß ich hier, wir hatten Kontakt, Jahr 20184 von Mers und die haben gesagt, ey, alles super, ihr kriegt das hin. Du Spinner und das hast dir was in den Fähren gesagt und ja, was soll denn das? Und dann kommt der Nächste um die Ecke und sagt, weißt du was, in fünf Jahren ein dritter Weltkrieg, Atomar aus Inferno, Erlmeyer hat recht und die ganze Welt geht um. Oh ja, aber da muss ich mich jetzt vorbereiten, weil, weil ich habe das jetzt gesehen auf dem Kanal und wenn ich jetzt vorbereitet bin, dann gehöre ich zu denen, die überleben und dann kriege ich hinterher für einen Kölger an einen ganzen großen, ne, verstehst du was, das ist dieses alte Spiel, ja, und solange man eben sich auf dieses Spiel einhält, vielleicht ist es ein bisschen mentalitätsbedingt und das sollte man aber eben auch, ich versuche es jedenfalls, es klingt mir nie hundertprozentig, aber ich versuche es zumindest, man sollte sich ein bisschen selber auf die Schippe nehmen können, man sollte einfach auch, man sollte das Ganze auch weniger ernst sehen. Das habe ich von einem guten Freund gelernt, der Kollege ist bei der Polizei, in einem ganz schwierigen Dezernat und der, ich habe gesagt, du, ich bewundere dich einfach, wie du diese ganzen Sachen, diese ganzen menschlichen Abgründe, mit denen du zu tun hast, mit deiner Familie, mit deinem kleinen Kind und mit deiner Frau, wie du das alles unter Nutz kriegst, was du für ein toller Vater bist, ich sage, ich ziehe einfach Mut. Dann hat er zu mir gesagt, Thomas, das ist einfach Selbstschutz. Ich sage, ich brauche diese Ausgleiche und das ist für mich, das ist für mich mein Leben. Das andere ist halt meine Arbeit und das bleibt auf Arbeit, weil, wenn du nur lange genug in den Abgrund hineinschaust, schaut er definitiv auch in dich hinein. Und das ist das, was wir uns auch, gerade wenn wir uns mit solchen alternativen Themen beschäftigen, auch vielleicht mal selber vorhalten sollen. Wer nur auf Telegram und auf X in den entsprechenden Gruppen unterwegs ist, den hat der Abgrund schon lange hineingeschaut. Leute, manchmal ist es auch ganz gut, diese ganzen elektronischen Medien, so schön die auch sind, zum Vernetzen, mal eine Zeit beiseite zu lassen, einfach mal rauszugehen, hey, heute war ein wunderschöner Tag, morgen wird es mit Sicherheit auch schön, der 1. Mai, ihr müsst nicht demonstrieren gehen, geht einfach raus in die Natur mit eurem Freund, mit eurer Familie, macht euch einen wunderschönen Tag. Das ist für euch, genau. Atmet durch, atmet durch und dann werdet ihr sehen, hey, die Welt, ja, so schlecht ist die da auch nicht, oder? Und vielleicht lohnt es sich auch, was dann für die Welt zu machen, holt man sich wieder Motivation. Das ist das, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Meine Freundin, Alexander de Westes, wir haben auch im Schnitt so 16 bis 80 Stunden Tage, aber wir suchen dann eben auch den Ausgleich und machen dann eben auch was für uns. Und das ist ganz, ganz wichtig, sich nicht von diesen Themen einfach vereinnahmen und sozusagen darunter begraben zu lassen, weil es nützt niemand was, wenn du von deiner ganzen Substanz lebst und am Ende geht es dir richtig mies und du kannst nichts mehr machen, sondern du musst selber für dich den Weg finden, mit diesen Herausforderungen im Haus noch umzugehen und das schaffst du nur, wenn es bei dir im Innen stimmt. Ja, genau. Und was ich auch beobachte, dass viele Menschen sich an was festhalten wollen, Moment noch. Also wir wollen natürlich, dass es weiter geht und dass es vorwärts geht und dass jetzt endlich die Zeitenwende kommt, dass wir endlich in 5D aufsteigen, alle aufwachen und so weiter. Aber sie sind selbst sehr verunsichert und ich sag mal, möchten zum Beispiel jetzt bei dir, wenn man jetzt eine Palmblattlesung hat oder Karten legen oder zu mir kommt wegen Seelenplan, Coaching und so weiter. Sie wollen alles was hören, was sie hören wollen, aber nicht was wirklich ist oder was man mitzuteilen hat. Also sie haben regelrecht Angst vor der Wahrheit, möchten aber doch die Wahrheit hören, also sind sehr zerrissen, so was es ist. Aber ich kann auch immer nur sagen, Leute, ihr müsst erst mal an euch selber denken. So, das ist das Wichtigste und eure eigene Energie gehen, denn ihr seid gut, so wie ihr seid und es kommt alles, so wie es kommt. Wir können nicht viel dran ändern, sondern lebt euer Leben und habt einfach Spaß dran. lasst einfach mal die Sorgen los, so wie du es auch gesagt hast. Lass den ersten Mal sein, geht raus in die Natur, genießt die Natur. Das ist einfach was. Mein Großvater hat im Zusammenhang immer gesagt, weil es war eben 5D und alles Aufstieg und alles glücklich und trotzdem diese großen Ängste. Mein Großvater hat immer gesagt, ja, die meisten wollen ja zur Natur zurück, aber keiner zu Fuß. Ja, ist das schwer. Und das Nächste ist natürlich, 5D ist was Wunderschönes, aber mein Aktiendepot, das möchte bitte auch mitkommen. Also was ich aber sagen will, Leute, ihr könnt das eine nicht ohne das andere haben. Also entweder wir richten uns geistiger aus, entweder wir gehen anders mit der Welt und mit uns oder wir machen so weiter wie bisher. Wenn wir so weiter machen wie bisher, dann wird das Aktiendepot nach wie vor und die geregelte Rente und was weiß ich und das wird immer das große Ding sein, das wird immer der große Traum sein. Bloß, damit haben wir es jetzt lange genug versucht und es hat halt nicht funktioniert. Oder es funktioniert einfach nicht. Durch die Reisen habe ich bis zur Corona-Zeit mit Sabine, wir haben die unterschiedlichsten Klienten auch heute. Da kommen Leute, die wirklich aus ganz konkreten Lebenssituationen wirklich Hilfe suchen und auch bereit sind, diese Hilfe anzunehmen. Es gibt Leute, die Interesse daran haben. Es gibt Leute, die eigentlich materiell alles erreicht haben und merken, es fehlt etwas. Und es gibt welche, die sich selber optimieren wollen, also die eher da im Hinterkopf haben, gibt da mir jetzt in der Bibliothek noch ein paar Tipps, wie ich die nächsten Millionen machen kann und wie das am leichtesten geht und so. Also das gibt es auch. Dort ist aber eben das Thema, wie gesagt, das eine kann ich nicht ohne das andere haben. Entweder ich richte mich neu aus und mit all diesen Leuten haben wir natürlich auch beim Kontakt immer herausgehört, also jeder, das will ich einfach damit sagen, jeder, der aus, egal aus welcher sozialen Schicht da kommt, egal welchen Hintergrund er hat, alle haben immer erzählt, die letzten 10, 15, 20 Jahre, so kann es doch nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. So, jetzt ging es so nicht weiter und es geht auch so nicht weiter. Jetzt ist es auch schon wieder nicht recht. Das beschweren sich auch schon wieder. Also das Einzige, liebe Freunde, was für uns im Leben Bestand hat, das Einzige ist die Veränderung. Es ist schön, wenn man materiell sich gut gestellt hat oder gut gestellt ist, wenn man sich Dinge leisten kann. In so einer Situation sollte man aber auch immer an die denken, die das nicht können. Also etwas Mitgefühl, etwas Nächstenliebe, etwas Unterstützung, schadet nie, weil das ist die andere Seite vom Leben. Man kann auch ganz schnell mal in so einer Situation sein, wo es einem selber nicht so gut geht. Sei es gesundheitlich, sei es irgendwo, dass das Geschäft schiefgegangen ist, dass man im Job, der eigentlich sicher war, ja, dann war es eben nicht die KI, die die Arbeitsstelle weggenommen hat, das war der Kollege, der die KI beherrscht. Also zum Beispiel dieses Sich-Verändern, dieses Weiterlernen, dieses Aufgeschlossen-Sein für Neues. Das ist das, was unsere Reise durch dieses Leben ausmacht. Und das Leben ist als Reise gedacht. Und wir steuern unser Lebensschiff. Ja, ein Schiff auf hoher See ist in permanenter Gefahr. Ja, wir sind in permanenter Lebensgefahr. Natürlich, lebend ist hier aus dieser ganzen Geschichte noch niemand rausgekommen. Aber ein Schiff ist nicht für den Hafen gebaut. Das muss man also auch sehen. Wir müssen auf diese Reise gehen, weil das ist der Zweck unseres Daseins. Wir müssen diese Erfahrung machen. Ansonsten hat es ja gar keinen Sinn, dass wir uns hinten inkarniert haben. Wir wollen doch nicht in Watte gepackt werden. Wir wollen doch nicht, dass sämtliche Fairness dieses Lebens weit an uns vorbeigehen. Das ist doch eigentlich die Bequemlichkeit des Egos, die sich der Veränderung widersetzt. Sie sagt, mir ist es doch so bequem in meiner Komfortzone und so kann es doch also bleiben und da muss ich doch nichts weiter machen. Das Essen kommt halt per Uber Eats oder per Lieferant. Die anderen können sich ja... Die anderen sollen sich verändern, damit die Welt endlich aufsteckt, aber ich nicht. Und das ist der falsche Ansatz. Das ist einfach der falsche Ansatz, sondern wenn wir was ändern wollen, dann geht es nur von uns und es tut auch sehr gut, aus eigener Erfahrung, wenn man den Blick auf die Welt immer mal wieder hinterfragt, weil den Blick auf die Welt, den kann man nämlich ändern. Man kann es sich nämlich ändern. Ob ich alles auf dieser Welt ändern kann, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich kann den Blick auf die Dinge verändern und damit auch die Art, wie ich mit den Dingen umgehe, was für mich wichtig an ist und was ich eben machen kann. Und da gibt es diesen schönen Satz, ob jetzt Gott oder die fünfte Dimension, nenn es wie du willst, diese höhere Macht. Gebe mir die Kraft und den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gebe mir auch die Geduld und die Demut, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und bitte vor allen Dingen, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das finde ich ein ganz tolles Schlusswort oder Schlusssatz. Und ich würde auch sagen, das belassen wir dabei, sonst diskutieren wir das noch weiter aus, führt einfach immer nur zu dem einen Punkt, dass wir auf uns selbst gucken sollen und nicht auf andere, sondern wie gesagt, jeder sieht was anderes mit seinen Augen und sieht es anders. und ich kann nicht sagen, du hast es so zu sehen, du hast es so zu sehen. und genau, da belassen wir es dabei und ich würde sagen, ja, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, dass du dir wieder so lange Zeit für uns genommen hast und uns so, deinem Wissen so hast teilhaben lassen, weil es ist unglaublich. Ich finde es, ich kann es gar nicht sagen, also ich finde es toll und ich mache so gerne mit dir Livestreams oder Gespräche, weil es kommen immer wieder neue Sachen dazu und vor allen Dingen, wir haben beide immer Spaß. Also ich muss sagen, ich finde das, ich sehe ja so viele Livestreams und so, einen habe ich mal gesehen, da haben auch viele gelacht da während des Livestreams, aber bei uns ist es immer lustig und das finde ich halt ganz, ganz toll und ich glaube, das kommt auch bei den anderen so rüber und Es muss Spaß machen, was man macht und uns macht es Spaß und wenn das auf die Community überspringt, na, umso besser, ja, umso besser, wenn man das machen kann. Ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich für die Gelegenheit, hier wieder mit dir die anderthalb Stunden, was wir jetzt gemacht haben, zu bestreiten. Ganz herzlichen Dank natürlich an alle, die uns hier zuschauen, ja, ob jetzt live oder eben dann später, wenn das Video halt auf einem anderen Kanal noch online ist. Ganz, ganz lieben Dank auch für die Unterstützung, ja, kümmert euch um den Kanal von Alexandra ein bisschen, der kann gerne noch wachsen, na, also das Übliche mit Daumen hoch und Glocke und was weiß ich noch. Also auch jeder, jeder Kommentar auch zu kommen, schreibt doch einfach mal drüber, was ihr vielleicht euch für Themen noch vorstellen könnt, was wir noch machen sollen, was jetzt gerade so ansteht, dass man beim nächsten Mal halt auch wieder ein bisschen, wie man so schön sagt, up to date ist, um es mal so neudeutsch auszudrücken und dann vielleicht euch auch noch mal ein paar Informationen rüberbringen, die euch vielleicht auf den Nagel brennen. Wenn es Kritik gibt, sagt es uns bitte auch, also wenn der Ritter wieder mal viel schneller geredet hat, als die meisten denken, okay, danke, das ist halt so, aber sorry, tut mir leid, ich versuche mich immer schon zu bremsen, aber ja, ansonsten, wenn es irgendwelche Sachen gibt. Aber dafür lieben wir dich, Thomas. Wenn es auch Meinungsverschiedenheit gibt, liebe Leute, denkt dran, auch in den Kommentaren, wenn ihr vielleicht auch unterschiedliche Sichten habt, jeder von uns, das ist vielleicht das, was ich mir so als endgültiges Schlusswort vorbehalte, jeder von uns kämpft einen Kampf, von dem der Rest der Welt keine Ahnung hat. Also seid freundlich zueinander, immer. Ja. Ja. Also ich sage nochmal ganz herzlichen Dank und wie gesagt, es wäre schön, wenn ihr auch auf meinem anderen Kanal mal vorbeigucken könntet, da mache ich dann eben den Videoschnitt draus, weil da kann ich noch nicht live gehen, weil ich noch nicht genügend Abonnenten habe, aber es kann sich ja ändern, vielleicht mögt ihr da auch mal reinschauen. Wie gesagt, ich schreibe dann alles nochmal in die Beschreibung rein, die muss ich dann erstmal verfassen, mache ich heute Abend nicht mehr, ich gönne mir dann mal mit meinem Mann vielleicht noch einen kleinen Film oder so und ich wünsche euch beiden, dir und natürlich auch der Sabine im Hintergrund noch einen schönen Abend. Wir hören und sehen uns auch wieder, wir machen, wie gesagt, vielleicht gibt es da einen von den Zuschauern, der ein interessantes Thema hat, welches er gerne mal sehen würde. Ansonsten fällt uns auch eins ein, also keine Sorgen, da fällt uns auf jeden Fall was Positives, weil das finde ich ganz schön. So machen wir das. Okay, also ich sage nochmal liebe Grüße hier aus Dänemark und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.